weiter geht's sechs stunden spiel ich das erst ich bin ja noch nirgends wo weit okay er muss eis können erkannt nee gewitter die eis gewitter er muss gewitter können und red soll auch gewitter können und das gibt es auch denn nein gibt es nicht haben wir nicht zwei gewitter wir haben doch zwei gewitter und das war's aber er sollte auch eine materie haben denn das gibt uns zeug und zwar titan hat vier sterne was heißt es felswurf gelernt aber das macht uns stärker schäfer um den beteil sind okay was noch was noch was noch hallo mr happens hallo ferret liebe anne hallo hallo dankeschön für sechs monate an danke danke herzlich willkommen hattet ihr einen schönen tag hallo lady pfiff hallo paul hallo mr ferrero heiltrank zwei besitzt das ist mir zu wenig aber wir können welche herstellen wo geht das wo geht das wie ist das ganz oben synthese wir machen hier einfach weiter ich habe den ganzen tag geschnitten das auto zum service gebracht ewig im stau gestanden mich aufgeregt das macht nichts denn jetzt kann ich finale fantasy spielen okay wir brauchen wir hier nicht das mieser gegner vor uns den ich letztes mal nicht first try geschafft habe das lasse ich nicht auf mir sitzen und jetzt muss ich wieder ein bisschen looten und leveln beziehungsweise nur leveln nur looten nein nur ausrüsten kann ich zurückgehen und ewig lang immer wieder die gleichen baby gegner besiegen nicht dass hier welche sind hallo marco das höre ich doch am klang warum immer so spät die woche weil ich tagsüber das video schneide dann final fantasy spielen will und dann die nacht durch wieder das weiter das video schneide das habe ich aber so verkündet weil ich keine zeit habe sonst das video zu machen eigentlich würde ich am liebsten gar nicht streamen damit ich früher fertig bin weil es wird knapp okay soll ich einfach mal probieren was hat er jetzt ich kann da nicht drauf drückt ne vita er hat auto magie immer noch oder soll er auto gewitter haben und ich gebe ihm auto gewitter und anderes zeug tp boost präzise abwehr ich gebe ihm tp boost und barrett gebe ich gar nix anscheinend ich brauch keine glute er gebe ich präzise abwehr ok 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 schlafen nein dann speichere ich nochmal wie weit kann ich gehen ich kann direkt hier speichern ich gehe mal in das menü rein ok hallo azrael hallo hallo riebzahl ok boss das problem war dass der typ seine fette hand hochhält nicht sein kopf nicht treffen kann also entweder muss ich mich richtig platzieren oder ich check's nicht weil er hat einfach null schaden hallo liebe mischu hallo liebe mischu dankeschön für holy moly hier sind heiltränke vielen dank mich schon für 40 monate dankeschön hallo fast guy hallo jay fast guy was wollte ich sagen fast guy danke für das nette kommentar auf patreon fast guy das wollte ich sagen über das löten nochmal speichern auch wenn es nix bringt mir geht's gut mischu dankeschön ich muss mich jetzt auf diesen kampf konzentrieren was heißt überwinden ich überwinde das mal hopp ok gewitter 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 aber ich scan ihn trotzdem damit es im buch drin ist ja wir können das skippen ich werde so viel blocken wir machen eine analyse einfach weil genau gewitter ok präzise abwehr war glaube ich eine gute idee ich bin so dumm ich will aber irgendwie perfekt ausweichen aber barrett kann halt null gescheit ausweichen das ist so es ist schneller zu laufen als zu rollen ok ok und jetzt blitz blitz red mach auch blitz zeig mir deinen kopf dreh dich um dreh dich um jetzt holt er seinen kopf wieder raus oh die attacke das kann ich komplett blocken ich habe es nur verkackt dreh dich um dreh dich um hat er geblockt meine meine freunde können blocken von alleine wo war das wo war das was macht er ach ja ach da stand unblockbar ich glaube da braucht man es gar nicht probieren zu blocken wir sind easy aber ich mache einmal blitz und einmal heile ich mich mit einem super trank ich habe mich geschützt ich habe schon im genshock ich habe schon er ist gleich im schock das ist die frage mache ich irgendeine krasse fähigkeit schockpads sind sehr groß also brauchen wir nicht blitz impuls ne wenn dann ach ich weiß nicht was ich machen soll mache ich einfach blitz magie war das gut keine ahnung so gut soweit waren wir letztes mal auch schon hallo muck das hilft mir auf jeden fall fast ich muss einfach das nächste mal einfach gründlicher das machen so wie komme ich jetzt in seinen kopf nein weil er seinen kopf geschützt ist nicht leicht dahin zu treffen was redest du barrett soll ich titan holen oder schiefer ich zeige mal schiefer schiefer ich hole mal mr titan hallo an pilon hallo angel ich will mein limit und damit in seinen schock reingehen misril borat das machen wir nicht oh ok das ich dachte ich bin ganz woanders hin irgendwie reds atb balken will gar nicht voll gehen muss ich mich dauernd selber heilen ich habe eine synchro fähigkeit immer mal eine synchro fähigkeit sprunggeheuer auf den kopf geh auf den kopf dieser kopf ist so geil diese attacke oh gott what magieblitz oh gott es passiert zu viel ich bin doch viel zu alt und das alles zu verstehen hier was hier passiert so schnell alles geh weg laser regen ach das war die kacke red ist tot ok ok warte 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 red wird geheilt mit einer mit einem phoenix trank dann heile ich mich mit einem mega trank der ist mir gerade recht gekommen ist gut macht euch jetzt nicht laser regen ich check den nicht wie ich dem ausweichen soll einfach blocken einfach blocken einfach blocken wie ok ich brauche nicht mit barret ausweichen er ist zu langsam ist riddle golem heißt was oh gott 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 okay 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 los auf du kriegst jetzt einen schockschuss auf den arm auf den kopf ach egal red mach doch irgendwie deinen atb-balken voll er macht wahrscheinlich sofort oh sofort sein gewitter wenn er seinen atb-balken voll hat red ist tot ist red wichtig hätte ich hätte nicht auto ich hätte auto heilen machen sollen auf red der hat noch so viel mp der hat nix gemacht ähm ähm aber ich muss sie nur irgendwie schaffen oh ich muss blocken ich bin so dumm hallo tode warte das kann ich kann ich der halsspray war doch alle ne jetzt kann ich seine rücken zwisch vielleicht geht der blitz auf seinen kopf einfach weiter blitzen ich hab keine mp mehr ok red hat auch red ist wieder tot das macht spaß das macht spaß da kopf 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 ich verstehe nicht ich verstehe nicht ich verstehe nicht ich verstehe jetzt das Problem ist ich habe die ganze Zeit man kann alle drei Körperteile von ihm anvisieren und ich hatte die ganze Zeit ich dachte immer weil davor existiert nur eine Stelle die man anschießen kann und jetzt kann ich drei Stellen anschießen und ich habe die ganze Zeit auf die falsche Stelle geschossen ich muss mir meine Magie aufbewahren und dann Blitz auf seinen Kopf machen den er beschützt weil der Blitz kommt durch und du kriegst Autoheilung und nicht Autogewitter weil du hast null Autogewitter gemacht und wenn dann hat es nichts gebracht und again die 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 du Den Schockschuss muss ich machen, wenn er schockfähig ist. Er kann einfach nichts, Barrett. Barrett kann einfach nichts. Oh ja, das muss man machen, okay. Okay, ich mach einfach erst Blitz in der zweiten Runde. So, so geht das, so geht das. Ich hab Schockschuss jetzt verstanden. Oh Gott, und das war mit Block. Das funktioniert mit dem Heim. Red, sehr gut. Ich hab Schockschuss. Geh weg! Ich kann dem dieser Attacke nicht ausleiten. Ich mach jetzt ein Limit. Das war so wenig für ein Limit. Besser als letztes Mal. Okay, ich bin auf dem Kopf. Das stimmt. Ich darf aber nicht kreisdrücken. Ich darf nicht rollen. Barrett rollen ist nichts. Jetzt komm ich mit Gewitter, weil dann komm ich da durch. Genau. Das block ich einfach nur, weil ich's nicht check. Hohoho, geblockt ey. Hier langsam könnte ich meine Beschwerung rufen. Oh Gott. Was ist das? Nicht den Arm. Synchrofertigkeit. Okay. Kopf ist weg. Kopf ist weg. Dann mach ich jetzt Schockschuss. Auf den Kopf bitte. Oh Gott. Oh Gott, Red hätte. Oh Gott. So wenig Heilung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich rufe jetzt Titan. Soll ich jetzt Titan rufe? Vielleicht ist er dann abgelenkt einfach. Okay. Wie gemein. Ich kann gleich wieder ein Limit ansetzen. Katastrophe. Okay. Das hätte ich aber auf Schock machen müssen. Wie egal es ihm ist. Ich hab den Kopf gekriegt. Nicht den Arm. Senkbefertigkeit. S-Befertigkeit. Felsenwurf. Ich muss eigentlich ihn heilen. Okay. Red, mach jetzt mal deine Limit einfach. Gut. So. Okay. Das könnte ihn in Schock bringen. Okay. Okay. Schlagschuss, komm. Okay. Jetzt hätte ich gerne meine Limit. Gut. Oh Gott, ich hab ihn gleich. Was ist denn jetzt hier noch gut? Blitz. Das ist nicht gut genug. Fuck. Oh nein. Nein. Ich hätte die Limit aufbewahren sollen. Heilspray. Heilspray. Wo ist dein Kopf da? Wo ist dein Kopf da? Neodymlaser? Heilspray. Er ist so tot eigentlich. Dann. Hoch. Unter. Yes. Oh mein Gott. Ich bin jetzt... Weiß ich endlich, wie man blockt, ey. Komm. Sei tot. Ich hab geblockt, aber ich war... Okay. Dann mach ich es jetzt damit zu Ende. Meine Güte. Wow. Was für ein Kampf. Das Spiel ist schwerer, als ich gedacht hätte. Aber direkt am Anfang, so harte Kämpfe. Ich meine, ich bin immer noch im ersten Kapitel quasi. Es sorgt dafür, dass man... Es sorgt echt dafür, dass man die Charaktere kennenlernt. Wie man mit ihnen kämpft. Welche Attacken und so. Hallo Alminada. Hallo. Raff zockt. Hallo. Ich würde mich gerne heilen. Geschwind. Moment. Erbens, wie läuft das Luma-Hunting? Wann hörst du auf damit? Und... Suchst wieder die richtigen Shinies. Ereth. Ereth. Do it. Ereth. Achso. Das war das, was Ereth gemacht hat. Okay. Ich konnte nicht zurück zu der Bank, glaube ich. So. Gehe ich gerade im Kreis? Ne. Ah. Ah, da sind sie. Okay. Kann ich jetzt dahin zurückgehen, wo die waren? Wenn du Sonic Riders spielst. Wenn's für die Switch kommt. Und zwar komplett... Ich werde es komplett überhaupt gar nicht schaffen durchzuspielen. Was spielst du? Schwierig zu... rauszufinden. So ein Indie-Game, was gerade... Keiner kennt. Ich spiel gerne Spiele, die keiner kennt. Wir sollten nicht lingen. Wahrheit. Aber nicht vergessen. Shinra weiß, dass wir jetzt hier sind. Vielleicht mehr von ihnen außen. Das macht mir keinen Unterschied. Ich kann nicht stoppen. Nicht nur sie oder niemanden. Nicht nach Midgar. Nicht nach dem, was wir gesehen haben. Hm. Barret. Wir alle wissen, was hier ist. Der Tod der Welt. Sephiroth. Also, wenn sie in unseren Weg kommen würden, dann ist das auf sie. Genau. Lass uns zurück zu den Leuten in Robben erzählen. Die sind unsere beste Chance, einen Sephiroth zu finden. Ich nenne die dauernd Mäuren. Ich dachte immer... Irgendjemand hat dir mal Mäuren gedacht. Deswegen dachte ich, die Schwarzkunden heißen Mäuren. Stimmt das gar nicht. Versteck. Ohne Belohnung. Sollte ich jetzt ihn... Ich muss jetzt ihn wieder umskillen. Gibt's keine Profile. Es sollte Profile... Gab's nicht im Remake Profile? Hier kommt man wenigstens... Oh, hier kommt man ja schnell hin. Oh, das ist... Das ist schön. Okay. Aber warum gibt es keine Profile? Äh, wer kann Analyse? Solltest du es nicht können? Genau. Ich hätte gern Auto-Magie. Braucht nicht beide. FP-Boost. Gewitter. TP-Boost. Nee, TP-Boost ist für mich. Ähm... Chakra. Seine Technik. Luft. Präzise Abwehr ist... Auch für mich. Okay. Und du kriegst... Seine Technik. Keine Ahnung. Hallo Cynthia. Geht hier. Es macht Spaß, wenn ihr einfach wie Kirby hochbeet die ganze Zeit noch. Hört aufgucken. Reicht schnell hin? Ja doch. Kann ich auch besser checken. Gutes. Gutes. Best do es richtig. Cooling fire. Impressive. Get him! Wacht. Ich hab ihn. Nein, es geht. Bist du. Warte. 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 Ich hab ihn. Irgendwann muss ich mir auch mal nochmal die Fähigkeiten von Aerith anschauen. Das sind alles nur passive Fähigkeiten. Leverox! Oh, diese Erdseben. Wo ist Barrett? Der soll das singen. Ich habe montags mal alle meine Passwörter sortiert. Und umgezogen. Da ist mir doch glatt nach dem... noch das Passwort und die Einmaladresse von Leon's Mind untergekommen. Magst du das jetzt haben? Sonst mache ich die E-Mail platt und gebe den Account meinem Freund. Der heißt nämlich wirklich Leon. Warum sollte ich den Account wollen? Ich heiß nicht so. Ich hoffe, du hast das alles mit deinem Passwortmanager gemacht. Oder hast du einen Papierblock rausgeholt und all deine Passwörter sortiert im Kopf. Ich glaube, die meisten haben keinen Passwortmanager. Ich glaube, die meisten haben immer noch ein Passwort überall. Ich glaube, die meisten haben immer noch ein Passwort überall. Das ist eine Dark Souls-Szene. Oh mein Gott. Du kennst dieses Spiel nicht. Sieht aber sehr geil aus. Dann lebst du unter einem Stein. Aber das ist okay. Was ist das? Junar. Junar Territory. Ah, jetzt sind wir hier. Das ist der zweite Teil von der Demo. Können wir den auch überspringen? Kann ich den Kampf überspringen? Bei den Fisch würde ich jetzt auf jeden Fall besser besiegen. Oh mein Gott. Kapitel 4. Es gibt 14 Kapitel. Noch 10 Kapitel. Mensch, sind wir schnell unterwegs. Und ich habe nachgeguckt. Es gibt keine verpassbaren Trophäen. Das heißt, ich kann durchrushen, wie ich Bock habe. Man kann alles im Nachhinein machen. Mega geil. Nicht so schlimm wie im Remake. Ich kann alles im Nachhinein. Ich kann die ganze Welt beweisen. Du hast O-School-Notizzettel, Cynthia. Gott, kann die mal chillen. Ich wünsche, wenn wir irgendwann mal Cyborg sind, dann könnten wir einfach am Ende des Tages gucken, was unser meistgesagtes Wort war an dem Tag oder im Jahr oder sowas. Twitch könnte das bestimmt mit so Spracherkennung locker schon machen, dass sie einem Streamer sagen, was das meistbenutzte Wort war, das man benutzt hat im Stream. Meins wäre wahrscheinlich Chill. Oder sowas wie Buchstäblich. Oder Alter. A Break for Chocoboos. Ich kriege ständig Trophäen. Euer Trophy. Hier Platin heißt 100% machen im Spiel. 100 bis 200 Stunden soll es dauern. Das wird was. Ohne Keypass könnte ich gar nicht mehr existieren. Keypass habe ich noch nie gehört. Aber es gibt inzwischen ja viele Services. Ich behalte meinen auch nur, weil... Also ich... Meiner ist... Keine Ahnung, so gut wie alle anderen, aber... Ach, da brauche ich einen Chocobo für. Einer ist so gut wie jeder andere wahrscheinlich, aber das Interface ist super ugly. Und... Ich will aber nicht wechseln, weil die haben mich gekriegt halt damals mit so einem lebenslangen Angebot. Das heißt, ich zahle nicht monatlich, ich zahle nicht... Ich habe einmal... Ich glaube sogar nur 30 Euro gezahlt. Und habe jetzt für immer diesen Password Manager. Und das dachte ich mir ist ein guter Deal. Und er funktioniert. Er ist noch nicht so hübsch. Mein Lieblingswort zur Zeit... Himmel... Himmelarsch und Zwirn. Himmelarsch und Zwirn. So, ich war hier schon in der Demo. Ich renne hier schnell alles ab, was ich mich noch daran erinnern kann. Da oben ist eine Herausforderung. Wahrscheinlich ist hier eh viel mehr als in der Demo. Ah, hier gibt es auch Türme. Okay, der Turm. Gegner. Zaki. Dankeschön für 10 Monate, Zaki. Ich genieße es eben. Das Spiel... Das Spiel genießen für mich wäre so schnell es geht. Du weißt, wie ich bin. Die hab ich noch nicht, glaube ich. Dornenwurz. D-Dornenwurz. Halt, halt, halt. Was? Aber die hab ich dann auch noch nicht. Drei hundert Passwörter? Warum hast du so viele Sachen, wo du Passwörter brauchst? Was hast du alles? Ich glaube nicht, dass ich 300 habe. Ich glaube, ich hab nicht mal ansatzweise 100, glaube ich. Ich glaube, wenn ich bei mir runterscrollen würde, sind es wahrscheinlich 50. Danke schön, raufzockt. Bye. Viel Erfolg. Du hast allein 11 E-Mail-Adressen. Aber warum? Ich hab drei und das sind mir schon zwei zu viel. Drei zu viel eigentlich. Ist gerade das Seilrutschen-Sound gemacht. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Hui. Ich leb halt das Spiel. Ich leb... Ich bin halt Cloud. Ja, 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 ja. Schädlich. Okay, okay. Wo sind wir hier? Zeig nochmal. Ist das jetzt immer noch alles die gleiche Karte? Okay, warte mal. Wir sind hier. Wir sind dann da. Und dann sind wir jetzt hier. Aber warum ist hier jetzt alles nicht aufgedeckt, wenn ich gerade hier was aufgedeckt habe? Okay. Okay. Also muss ich aus einer Karte raus und wieder... Aha. Immer nur in der Karte selber sehe ich alles. Alles andere ist komplett unsichtbar. wenn ich jetzt rausgehe, was ich nicht kann. Ich check... Manchmal kann ich nicht raus. Äh... Ortsauswahl. Ortsauswahl. Schnellreise. Äh... Äh... Bewegen, markieren. Hä? Ich konnte doch immer raus. Ich bin doch gerade da rausgegangen. Wie bin ich aus dieser... Ach da. Weltkarte anzeigen. Dann gehe ich aufs Grasland und dann da rein. Dann wird mir das Grasland gezeigt. Obwohl die miteinander quasi verbunden sind auf der Karte. Also ich kann hier das Grasland sehen. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Weird. Warum sie nicht eine große Karte gemacht haben. Weil es eben nicht Open World ist, sondern nur Instanzen basiert. Aber das ist okay. Eigentlich bin ich ja nicht Cloud. Warum bin ich nicht Cloud? Kann sein, wer ich will. 3 Accounts auf Twitch. Diverse Shopping-Sachen. Diverse Wordpress-Site, die ich verwalte. Der ganze Ehrenamts-Kack und so weiter. Ah, schau. Kack. Du nennst es schon selber Kack. Ehrenamts-Kack. Nein. Wieso hast du so viele Twitch-Accounts? So viel am Trollen. Schäm dich. Ich habe einen einzigen Twitch-Account. Ich habe einen einzigen Twitch-Account. Chadlay. Muss ich mir jetzt eigentlich Chocobos wieder hier auch erkämpfen? Weil ich konnte keine Rufe. Diese Items. Hey Prani. Wann spielt Prani eigentlich Rebirth? Ich bin Gabe, by the way. Owner of the Ranch. And before you ask, my birds... Meine Chocobos vielleicht nicht. Ich muss in jedem Bereich neue Chocobos holen? Achso, die sind vorhin ja weggelaufen. dwa ja 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 ja. Die Parts Tanja weiß nicht. Oder die A-N-N... 基本-verlust auf denrobsten raus. War das Remake dir jetzt so krass? Du hast das Remake gespielt, oder? Warum? Als ob ich nicht zugehört hätte. Warum? Was passiert? Den hier für alles Politische. Kappa. Und dass ich Kappa gebannt habe. Aber du kannst Kappa mit Katzenohren benutzen, stimmt. War mir zu eintönig? Das Remake, im Vergleich zu dem hier, ist es definitiv eintönig. Ich glaube, hier ist nichts mehr eintönig. Ich meine, hier könnte ich mich fast darüber beschweren, dass sie versucht haben, zu viele Spiele in eins zu packen. Assassin's Creed. Fehlt nur noch, dass irgendeine Schleichmission kommt. Oh ja, Schleichmission. Wir müssen Chocobos fangen. Da ist die Schleichmission. Bell. Die sehen mich nie. In der Demo konnte man hier rumrennen, aber noch nichts machen. Das ist eigentlich krass. Dabei fand ich die Demo schon ziemlich beeindruckend. Und jetzt kann man hier einfach zehnmal mehr machen. Was passiert gerade mit dem? Was fährt wohin? Was fährt hier hin? Okay. Kriegst du es auch wieder zurück? Nein, es ist unmöglich, mich zu sehen. Und jetzt? Soll ich das aktivieren und dann schnell hier hingehen? Achso, ich kann das machen. Okay. Das checke ich erst. Das bist auch du, Alminada. Achso. Ich dachte schon, jemand Neues ist hier. Ich vertraue Leuten nicht, die mehr Accounts haben. Ähm. Wahrscheinlich muss ich komplett einmal außen rum, aber der Schalter von dem ist wo? Wo soll ich direkt da hingehen? Aber dann sieht der mich. Hä? Wie soll ich das Ding zum Bewegen bringen? Soll ich hinter die Hütte? Aber dann ist da Gras. Ne, der sieht mich doch dann. Die sind alle am Schlafen. Ist auch geil, das... So. Das hast du jetzt geschafft. Passt schon. Der Choco hat mich gesehen. Okay. Okay. Vielleicht gehe ich doch nicht hier lang. Ähm. Hä? Wie soll ich denn... Soll ich Steine schmeißen? Ach, ich habe Steine. Ah. Also wenn ich den... Also du guckst... Der sieht mich doch gleich. Schmeiß da drüber. Ne. Okay, cool. Nicht der. Der soll sich umdrehen. Unbeeindruckt vom Stein. Cool. Hä? Ich verstehe es nicht. Der will sich nicht umdrehen. Also ich kann es gleich nochmal probieren. Wir finden so lange. Das wäre schon mal aushelpftig. èhm... Damm... Damm... Ach so. Hehehe. Damm... 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 Hallo Berryline. Hallo Korunka. Hallo. Was geht? Wie war euer Stream? Vielen Dank. Wir spielen Final Fantasy. Gechillt in die Nacht hinein. Ich bin noch nicht weit. Ich wäre gern schon weiter. Ich komme gerade hier nicht weiter. Danke Albinada für dein Tier 2. 30 Monate. Dankeschön. Ich habe auch einen Zettel hier. Da ist der Zettel. Da ist der Zettel. Ein Chocobo. Mehrere Chocobos. Und wir wollen den schwarzen Chocobo. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Egal. Wir haben noch ein paar Steine. Ich gucke mal. Was ist, wenn ich da einschmeiße? Ich glaube die da sind unbeeindruckt von Steinen. Nur der da lässt sich von Steinen beeindrucken. Aber wie soll ich an denen vorbei? Ich kann nicht nach da. Dann sieht der mich. Oder vielleicht sieht er mich jetzt nicht. Aber ich müsste wenn. Dann hinter das Silo da. Ich kann. Ich kann. Nicht. Ich mach das weg. Ich kann nicht. Ich kriege seine Punkte wieder. Wir kennen hier keine Spielereien gerade. Das ist gerade viel zu ernst. Äh. Sorry. Ich komme nicht dahin. Ich kann nicht. Ich meine. Ich muss eindeutig den langen Weg außen rum nehmen zu ihm. Weil wenn ich da lang gehe, sieht der mich. Wenn ich da lang gehe, sieht der mich. Ich muss da zu dem Ding dahin. Aber. 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 Ich kann auch mal probieren vielleicht da lang zu gehen. Jetzt sieht der mich. Wie? Sieht der mich? Oh Gott. Soll ich Cam ausmachen? Äh. Nein. Das ist die. Das ist die. Das ist die Kanalpunktfalle. Nein. Ich mach sie frei. So. Hier ist deine Security Cam. Auch wenn du ihm die Punkte schon zurückgegeben hast. Egal. Free. Nacken. Ähm. Hä? Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist das zweite Rätsel. Ich geh nochmal hier lang. Jokobu sieht mich. Alle laufen weg. Fail. I don't get it. Wo ist mein? Wiederholend oben. Hallo Draroth. Das ist doch nicht schwer. Ich check's nicht. Auf jeden Fall. Ich muss hier Steine benutzen. Aber wenn ich Steine werfe, sagen die ich bin unbeeindruckt. Das sind die Steine kackegal. Werde oder was? Ich verstehe es nicht. Die Lösung wird mich so ärgern wahrscheinlich. Ich werde so genervt sein. Auf die Jokobos. Nee, eigentlich, also gelernt habe ich, dass man die halt dafür, dafür, man sorgt halt dafür, dass sie sich wegdrehen. Und dann kann man halt da lang gehen. Aber die sind unbeeindruckt vom Stein. Ah, vielleicht muss ich ihn auf, auf was drauf werfen, dass es ein Geräusch macht. Oh mein Gott, ich muss das Ding abwerfen, damit es sich bewegt. Es war reiner Zufall, dass ich das gerade gemacht habe. Es ist so offensichtlich. Ich bin so dumm. Oh mein Gott, ärgert mich. Oh mein Gott, man kann einfach das Ding anmachen. Ah! Oh mein, wie viel... Oh Gott, sagt mir nicht. Das haben alle sofort gecheckt und ich war der Einzige. Oh mein Gott. Nein. Wie peinlich. Und dann haben sie auch noch die Jokobos so gemacht, dass sie unbeeindruckt sind. Dass man das machen muss. Oh. Meine Idee war, dass es da ein Geräusch macht. Aber nein, auf die Idee, dass ich den Schalter einfach abwerfe. Meine Idee war um einiges logischer, muss ich aber sagen. Ja, nein. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Schalter schaffe zu treffen mit einem Stein? Einer, der sich auch noch in die andere Richtung bewegt, als die ich geworfen habe. Äh, wo bin ich? Oh, hier. Okay, kann ich dich jetzt ablenken? Oder fährt das Ding noch weiter? Soll ich da dahinter? Nein, 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 nein. Ich will hinter ihn. Ja, 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 ja. Und dann? Surprise, Chocobomb. Mir ist auch ein cooler Sound eingefallen. Du würdest erst mal 16 spielen wollen. Shiny Suicune. Mirakasus. Happy, happy. Happy, happy, happy. Nice. So, mit dem kann ich jetzt klettern. Let's go. Das ging in der Demo nicht, das klettern. Ursprünglich sollte das Spiel Fighting Fantasy heißen, aber es gab ein gleichnamiges Brett-Spiel, was dann zur Verwechslung hätte führen können. Sie wollten aber die F-Alliteration erhalten. Fighting Fantasy. Final Fantasy klingt um einiges besser, aber ich finde Fighting Fantasy und Final Fantasy sind beides Begriffe, die doch keinen Sinn ergeben, oder? Dieses Emo sieht nicht ganz jugendfrei aus. Das ist nur, weil du keine Ahnung von Pokémon hast. Und weil dein Mind versaut ist. Nanaki, nennst du Red Nanaki? Er sitzt wie ein Chicken auf einem Chicken. Killer Kerl, dankeschön für den Raid. Natürlich kann sie das. Und Cloud ist auch kaum nach vorne gebeugt. Ah, hier sind die Fenix schwarz. Okay. Du benennst ihn auch immer um. Das finde ich eigentlich interessant, dass sie irgendwann damit aufgehört haben in JRPGs oder allgemein RPGs. Dass man Charaktere benennen kann. Wahrscheinlich war der Trend einfach, dass die Leute immer die Namen gelassen haben meistens. Nur Pokémon zieht's noch durch. Und lässt dich Spitznamen geben. Was ist hier für eine... Also wir müssen uns zumindest immer alle Beschwerungen holen. Oh, hier ist Fenix. Okay, Fenix ist wahrscheinlich sehr hilfreich. Ist die Frage, ob hier Fenix Angriff macht oder alle wiederbelebt. Hallo, Hamke. Danke, Hamke. Für deinen Raid. Hallo. Weil ich hab meine... Ich hab ganz am Anfang als Kind hab ich meine Charaktere immer benannt. Nach und nach mir. Und dann irgendwann... So, da hieß dann... Squall hieß Leo in Final Fantasy VIII. Aber irgendwann dachte ich mir, das ist doch voll dumm. Die haben ja extra coole Namen. Und ich glaub, so haben die meisten einfach... Ach, das ist Dreieck. So haben die meisten irgendwann gesagt, hä, warum soll ich denn den Namen geben, wenn wir sie alle... Weil man will ja auch darüber mit anderen reden können und sagen, das ist Squall. Und dann bist du so, wie Squall? Der heißt bei mir Leo. Ist auch dumm. Schwarze Chocobo. Oh yeah. Jelly Blue. Lavados. Da steh dich. Wie kannst du nur... Wie kannst du diesen mächtigen Vogel... Nach einem so hässlichen Hühnchen benennen? Was leidet der? Aus Absicht? Wie, hätte ich auch darüber springen können? Du kannst ja auch Leopold, Ludwig und Maximilian nennen. Versteh ich nicht. Bye, Damnness. Dankeschön. Schönen Tag, Morgan. Okay. Ich bin Caitlyn. Allerzeit. Zumachen. Sehr schön. Nöblich. Iberia. Oh. In Anladenanlehnung an deine oberbayerische Heimat Oberbayern. Ich weiß nicht mal, wo Oberbayern liegt. Wahrscheinlich Überbayern. Was heißt Oberbayern? Von hier bin ich doch gekommen, oder? Nein. Ich bin auch in München geboren. Habe ich jemals gesagt, dass ich in München geboren bin? I doubt it. Ja. Da heißen alle so genau. Mit Magie aufwecken? Welche Magie? Achso. Mit Magie aufwecken. Bonk. Nein. Doch. Oh, ich muss Ersatzteile der Chocobus mit den Chocobus aufsuchen. Yay. Das machen wir nicht. Wir suchen die Türme und holen uns Phoenix. Und ich stoße die Steine um. Geht nicht. Besser ist es. Spring. springen. Spring. Spring. Okay. Die sliden echt runter. Ich weiß noch nicht, ob ich die Chocobus so geil finde. Ja, sie sind geil. Aber die Steuerung macht mich fertig. Die sind viel zu schnell. Man kann keine... Ich wünsche mir so alte Steuerung zurück, wo ein Charakter einfach, so wie bei Pokémon heute immer noch, sich um 360 Grad drehen kann, ohne einen Fleck zu be... Ohne sich auch noch ein bisschen von der Stelle zu bewegen. So einfach im Kreis drehen. So halt nur richtig. Also so halt nur, als ob ein Stock drin steckt. Auch wenn es unlogisch ist, auch wenn es kacke aussieht. Ich wünsche mir das. Bessere Steuere. Türme, Türme, Türme. Türme, 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 Türme. Ah! So viel... Zeug. Wie soll ich denn da hinkommen? Was ist denn so ein schwarzer Chocobus? Was der ist? Ein Chocobus? Die essen Gieserkraut. Weiß doch jeder. Wie komme ich da hin? Das war ein Umweg. Du springst einfach runter! Ich brauche so Fliege-Chocobus. Habt ihr gesehen, dass Toyota ein Motorrad baut, das wie Mirai-Don aussieht? Ist heute auf Twitter viral gegangen. Also die bauen eins. Ist nicht so, dass man das jetzt kaufen kann. Ja, die bauen ein Motorrad, das ist schon so gut wie fertig. Die Bilder sehen geil aus. Also ein fahrbares Mirai-Don. Ich dachte mir sofort, next Chorai-Don, please. Kurz Jurassic Park nachmachen und dann so einen echten Dino machen, auf dem man reiten kann. Fight! Wo sind sie? Oh, ist das oben? Das ist Marketing bestimmt. Man nutzt noch Twitter. Sagt mir eine Alternative. Ja, ja, eben. Ich habe auch Bilder gesehen. Aber der Text hat gesagt, dass sie dabei sind, es zu bauen. Und auf den Bildern hat man es so halbfertig gesehen. Threads. Was ist Threads? Das benutzt doch keiner. Zisch. Was sind denn Zisch-Plattformen? Sind das Plattformen, die so schnell weg sind wie Zisch? Oder was sind Zisch-Plattformen? Die Gegner weg? Okay. Schwinden die, sobald ich den Turm gemacht habe? Ah, wie er sofort losrennt. Chill, chill, chill. Was war das jetzt? Feldforschung 1. Angespültes Schiffswrack. Warum kann ich das nicht markieren? 80. Threads wird schon gut genutzt. Ist immerhin direkt mit Insta verbunden. Nö. Ähm. Wo führt der kleine Chocobo mich hin? Wo sind die? Ach, da ist sie. Da ist sie, oder? Ne. Wo ist die Haltestelle? Chocobo! Mitten im Nichts. Da unten? Was? Chocobo! Hä? War doch gerade hier. Was? Oh mein Gott, was? Warum ist der hier runtergerannt? Wie komme ich wieder raus? Ist er da oben? Hä? Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Nicht absteigen. So, jetzt langsam. Wo geht's hin? Ich bin blind. Wo ist die? Ach, da hinten. Ich bin zu alt für den ganzen Quark. Ich bin auch zu alt für zisch. Klingt wie das neue Schwib-Schwab. Ich kaufe kein Schwib-Schwab mehr, sondern zisch. Warum gibt's noch? Es gibt bestimmt ein Getränk, was zisch heißt. Zisch. Wobei, schwer zu sagen. Zisch. Gestern war Twitter, gestern war Facebook down. Oh nein, keine Werbung mehr, die ausgestrahlt werden kann. Jetzt noch ein Turm. Oh Gott, oh Gott. Oh, da geht's hoch. Bisschen so, bisschen so komisch. Warum? Weil es sieht ja so aus. Wobei, es ist nicht gebaut für Chocobos, aber es ist halt eine Wand und dann ist da drauf gesprayt, dass man da als Chocobo hoch kann. Ich dachte mir gerade, die haben die Wände extra nur für Chocobos gebaut, aber es macht keinen Sinn, es ist mehr Ruin. Angespültes Schiffsflug. Kamera, äh, Kamera. Ich, ich will nicht, ich will Chocobo, kennt mich mal. Ich hab Bock auf so einem riesigen Grasland auf Chocobos zu reiten, aber nicht auf solchen wie sagt man, steinigen Geröll. Ist das eine Torte? Das ist Fort Condor, das ist das Minispiel, das wir im Remake gespielt haben. Was, 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 was? Fließe das Fort Condor-Match ab. Oh Gott, ja. Oldschool! Nice. What in the hell is going on here? And why do we look like this? Why do we look like 1995? Oder wann ist das rausgekommen? 96? Captain! So sah das Original aus. Nur schlechter natürlich. Nooo! Glad you're here, Troopers. Shinra-Forces are poised to strike our position. Ich mochte Fort Condor nicht. Okay, mal schauen, wie das hier ist. Aber Fort Condor war im Remake, oder? Verwechsle ich das gerade. Was, im Original oder im Remake? Ne, das ist... So ähnlich? Hä? Aber irgendwas, sowas war doch im Remake, irgendwie sowas. Okay, äh... Die wundersame Kraft der Protosubtanz. Um die Protosubtanz für nichts zu beanspruchen, musst du die Condor-Streitkräfte zu einem Sieg gegen Shinra's Truppen führen. Und dafür bedarf es einer sorgsamen Vorbereitung. Das liebe ich ja, eine sorgsame Vorbereitung. Vor der Schlacht hast du die Möglichkeit, Einheiten für deine Streitkräfte zu bestimmen. Ja, 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 ja. Okay, ich hab doch eh nix anderes. Und jetzt? Informationen anzeigen. Ne. Helden-Einheiten bearbeiten. Spiel beginnen. Let's go. Doch genau das, doch, das war der Remake. Eben, dieses ganze Spiel besteht aus zu vielen Minispielen, finde ich. Das geht auf Zeit auch noch. Oh Gott. What? Stell mal los. Was weiß ich. Es ist quasi Tower Defense. Okay, wie krieg ich Punkte? Oh. Ein Platz. Heiler. Heiler! Bleibt der stehen oder geht der da hin? Okay. Schütze. Elite-Schütze. Okay. Es ist quasi Tower Defense, nur... zwei Seiten, die sich bekriegen. Halt, 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 der Heiler hat ja gar nix gebracht. Wir brauchen hier mehr. Die gehen rüber, genau. Geht doch nicht auf den Großen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Soll ich von da durchkommen. Oh Gott. Ist das ein Verteidiger? Oh Gott. Oh, der killt den vielleicht. Äh, mach ich jetzt Elite-Verteidiger, können die auch kämpfen? Oder machen die einfach nur? Elite-Schütze. Genau. Der Elite-Schütze da ist ganz, ganz geil. Der hat den umgebracht, aber... Wo kommt schon wieder eine neue? Ich will eine Elite-Stürmer. Oh, jetzt kommen die da. Oh nein. Okay, die schaffen den, die schaffen den. Gib mir eine Elite-Stürmer. Wie kriege ich Punkte? Und wie kann ich... Taktik-Modus, Vogelperspektive... Ah. Elite-Verteidiger. Aber, 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 aber... Wie, was... Das ist übrigens da oben mit Cloud. Das sind Spezial-Fertigkeiten, die habe ich noch nicht anscheinend. Ich will ein Elite-Schütze. 240, 3 ATB. Das sind 2, das sind 3. Okay, warte, ich habe doch 3. Was? 3. Warum habe ich... Ich habe 4 ATB, warum kann ich Elite nicht einsetzen? Ach, die kann man nur in eine bestimmte Zahl einsetzen. Na dann, gib ihm, äh... Schütze. Was? Und Stürmer. Und ich habe Elite-Fertigkeit gleich. Wie, gleich gilt der Kampf als verloren? Hä? So schlecht war ich doch auch nicht. Ich check nicht... Ah, da oben, wie setze ich die Fertigkeiten ein? Das stand da nicht, das stand nicht... Da stand nicht welche... Oder heißt das einfach nur, dass ich jetzt einen Boost habe auf Fernkämpfer? Wahrscheinlich habe ich gerade einfach einen allgemeinen Boost auf Fernkämpfer. Schütze. Schütze. Los, 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 los. Hä? Wie soll man das schaffen? Schütze. Schütze. Ich muss jetzt einmal alle Sacken schnell schießen. Das geht schon. Schütze. Macht schneller, macht mehr, macht etwas. Es fehlt echt nur noch der da. Und das schaffe ich jetzt nicht, wegen drei Sekunden. Schütze. Zeit abgelaufen. Aber als ob ich nicht gewonnen habe. Niederlage. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Nochmal. Das heißt, ich muss einfach in der... Ja, das war die Zeit. Die Zeit ist Quatsch. Die Zeit ist Quatsch. Na gut, dann machen wir. Stürmer. Ich mache einfach beide Seiten gleich. Elite mache ich dann am Ende. Ich habe es nicht gecheckt, dass ich die hier schon rufen kann. Schütze. Ja, du stehst jetzt wieder in der Mitte. Wobei, vielleicht... Oh Gott, der in der Mitte, der darf... Äh. Ist gar nicht gut. Okay, ich darf mich nicht da einstellen. Nochmal. Ich darf mich nicht da einstellen, wo der in der Mitte mich kriegen kann. Aber war Ford Condor war doch nicht im Original, oder doch? Ganz weit weg von dem... In der Mitte. Komm, 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 komm. Sind der zwei. Vielleicht muss ich mich doch auf eine Seite konzentrieren. Warum ist das vorhin so gut? Warum war das vorhin so gut und jetzt so schrecklich? Weil ich vorhin einfach nur Elite genommen habe, von Anfang an. Oh Gott. Okay, vielleicht keine Schützen. Wie das jetzt komplett nicht läuft. Wie das jetzt komplett nicht läuft. Die Schützen sind so schwach. Warte, ich stelle einfach jetzt... Aber dann killt er den. Ein Heiler hier hin. Jetzt sind die da. Und die drei müssen jetzt einfach durchlaufen. Oh Gott. Oder hier rüber gehen. Der Heiler geht da rüber. Okay. Braucht einen Elite-Stürmer bei denen. Clash Royale ist so Clash Royale. Oh Gott. Nein, ich Elite-Schütze. Ach, ich habe mich verklickt. Fuck. Die Zeit ist das Problem. Warum lädt sich Barrett mehr auf? Wahrscheinlich, weil der, sobald man Fernkämpfer umbringt, der, der mehr Fernkämpfer. Ja, da schaust. Das ist wahrscheinlich so einfach. Ich meine, es ist das erste Mal. Und schon habe ich nur noch eine Minute. Letztes Mal hatte ich bei einer Minute alles besiegt. Hä? Noch einmal. Noch ein gutes Mal. Die Heiler-Elite-Schützer-Methode. Und dann Elite-Schütze. Nicht in die Mitte gehen. Heiler, was machst du? Warum gehst du da rüber, Heiler? Du kannst, warum geht der Heiler da rüber? Heilt der gerade den Gegner? Oh Gott, der kann so weit werfen, der in der Mitte. Das ist nicht gut. Das sieht jetzt schon mal besser aus. Der eine Turm ist schon weg. So ist gut, so ist gut. Man muss einfach so richtig volle Kanne rauf. Das hier einfach. Nein! Nicht mein Heiler. Nicht mein Schütze. Lad dich schneller, lad dich schneller. Habe ich noch irgendwas krasses? Ich habe noch eine Elite-Verteidiger. Geht nicht in die Mitte. Ich habe noch einen Heiler. Das war zu sehr in die Mitte. Komm, geh nicht weiter, geh nicht weiter. Diesmal hat Cloud mehr Punkte. Komm, 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 komm. Noch ein Schütze. Noch ein, äh, noch ein. Stirn. Ist da drüben? Oh Gott, ist der mir egal? Der kann mir nicht egal sein. Der versaut jetzt hier alles. Oh Mann, ich war so gut. Wieso kann der immer noch so viele rufen? Bring den komischen Feuer-Tibi um. Oh Gott, oh Gott. Ich habe noch einen Elite-Schütze. Oh Gott. Warum ist das jetzt auf einmal so schwer? Es war so gut. Warum ist der Elite-Schütze dort? Gerade erst gerufen. Oh Gott, okay. Ich meine, es war ein guter Versuch. Okay, Ford Condor. Erstes Tutorial-Level. Und ich schaff's noch nicht mal. Okay, tschüss. Kackspiel. Zum Glück habe ich noch nie Clash Royale gespielt. Hallo, Jeryl. In Pokémon Go soll ja ein Sarut kommen. Für ein paar Euro. Lohnt sich das? Ist ja nicht mehr zu bekommen sonst. Sorry, wenn die Frage unpassend war. Sie ist unfassend, ja? Keine Ahnung. Ich spiele kein Pokémon Go mehr. Und erst recht... Also, manchmal mache ich es noch auf. Aber ich gebe erst recht kein Geld aus. Lohnt sich das? Weiß ich nicht. Musst du sagen, ob du ein Sarut kaufen willst. Anders kriegst du keinen Sarut. Aber wenn dich ein Sarut aus Go glücklich macht... Mich würde es nicht glücklich machen. Aber das... Kann ich dir nicht sagen. Okay, das hier oben war schrecklich. Das hier heißt... Also, das... Moment, dann ist es aber gar nicht mal das erste Mal. Ich habe es nur im ersten Gebiet nicht gemacht. Okay, wie komme ich... Zu schnell, zu schnell. Okay. Ich habe es aus Bis zum Beispiel. Das Lückenfüller herhalten. Das ist aber ein teurer Lückenfüller. Das ist bestimmt so eine 15 Euro Quest, oder? Wobei, ne, wahrscheinlich so eine 5 Euro Quest. Warte, den habe ich noch nicht. Den habe ich noch nicht. Nein! Ne. Unverklickt. Wow. So, was kann die? Ohne Feld. Heißige Welle. Don't catch a cold. Das heißt keins. Dann weißt du ja, was du machen willst. Oh Gott. Warum ist der so schwer? Ja. Limit. Heilender Wind. Das ist nicht schlecht. Wird jetzt Cloud geheilt dadurch? Nope. Ja. Sicher will? Was heißt das? Ah! Wird ein schwer. Wird ein schwer. Ja! Ich habe alle gehen. Shiny Shyman hat 5.09 gekostet, dann wird Sarut genauso viel kosten. Das war ja locker, der Kampf. Hallo, Lurki. Trinken. Lurki. kein phoenix ist phoenix überhaupt zu schwer kein phoenix das phoenix hat das beistand das ist jemandem helfen also perius 70 streams hatte superius am stück geguckt wowzer ist das rekord könnte rekord sein wo ist wo ist die haltestelle streame ich überhaupt schon so lange 70 streams zweck mehr als ich jemals gestreamt habe wo ist haltestelle chocobo du gehst ja umwege ich sage servus und schöne grüße aus meiner niederbayerischen heimat niederbayern kek thomas hallo wo ist niederbayern mit Ich bin ein Wunsch, ich bin ein Wunsch, ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch, ich bin ein Wunsch, ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch, ich bin ein Wunsch, ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch, ich bin ein Wunsch, ich bin ein Wunsch. 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 Ich bin ein Wunsch. Ich bin ein Wunsch, ich bin ein Wunsch. 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 Oder einfach, dass Cloud schreitts himmelsfähiger. Mutklinge. Gumugumuno. Ich habe eine Entdeckung gemacht. Ich will das Kampf-Kampf-Ding nicht machen. Das sind kleine Babys, vielleicht mache ich es bei denen schon. Bei den kleinen Babys? Ach, ein Gegner schockanfällig. 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 Analyse. Analyse. Heiß, hab ich. Die Zeit ist knapp. Die Zeit ist ganz schön knapp. Kannst du aufhören? Oh mein Gott. Wer ist das? Aerith? Was willst du machen? Essige Bälle? Ich bin da gut. Cloud hätte sein... Limit. Die letzte? Die letzte glaube ich. Okay, nice. Das erste... Ich habe erst zwei gemacht. Das erste, das ich mit allem 100% gemacht habe. Gott hat das Kochen erfunden und der Teufel das würzen. Doch für ihn war es wohl ein bisschen zu stark gewürzt. Oh, Sanji. Ronny, ich bin bald in deiner Lieblingsstadt. Nächsten Montag bin ich schon in deiner Lieblingsstadt. Werde mich beschweren, wie auch nur jemand auch nur denken kann, dass das eine Lieblingsstadt ist. Aber... Ist halt nicht meine Stadt. Trotzdem gehe ich hin. Kannst die Beschwerde gerne schriftlich einreichen. Ich wäre ja dafür, wenn diese Quelle mich komplett heilt. Was, wenn ich während dem Klettern absteige? Geht nicht. Naja, die Menge an Einwohner beweist ja eigentlich schon, dass es für jede Person ist. Berlin. Also für die meisten zumindest. Oder gibt es Leute in Berlin, die in Berlin wohnen und es hassen dort zu wohnen? Nein. So etwas gibt es doch nicht. Ja? Was? Tatsächlich muss man die Quellen machen, um mehr Sachen zu kriegen. Und was war das jetzt? Ausgrabung. Aber das ist nicht Phoenix. Okay. Ich gehe einfach mal hier hin, wo ich nicht hin kann. Warum? Warum? Warum kann ich jetzt da nicht hin? Ah? Der ist Locked. Warum ist alles Locked? Wollen, dass man zuerst den Ausblick genießt? Uhlala. Everything the light touches. Ich kenne welche, die am liebsten weg wollen, aber wegen Familie Job da bleiben müssen. Vielleicht entdeckst du ja ein paar Ecken, die dir gefallen. Wir haben auch saubere Ecken, habe ich gehört. Nein, ich war ja schon öfter da und es gibt wirklich schöne Ecken. Natürlich. Nee, macht doch nur Spaß. Wobei... Also ich mache schon Spaß, aber tatsächlich gefällt es mir da nicht so sehr. Ich muss immer wieder erzählen, was... Als ich mal am Tegel gelandet bin... Ich habe die Türen verlassen aus dem Flughafen raus. Zwei Polizisten mit Schäferhund sind an mir vorbeigegangen. Und der Schäferhund hat weniger als einen Meter vor mich hingepisst. Und die Polizisten haben es gesehen und sind einfach weitergegangen. Also ich meine, klar, was sollen sie machen, aber... Warum ist die Chocobo Station gelockt? Aber da dachte ich mir... Habe ich das nicht aufgestellt? Was? Aber da dachte ich mir auch, herzlich willkommen in Berlin. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Ja, und ich denke, dass über München sind wir quillt. Da würde niemals ein Schäferhund. Der Schäferhund würde hinmachen und dann einen Lappen rausholen und es wegpolieren. Sodass die Stelle danach schöner aussieht, weswegen er hingemacht hat. Die Leute waren so unfreundlich zu mir. Das ist nicht unfreundlich, das ist grantig. Willst du nicht schlafen? Nein. Hä? Ach man, braucht Kissen? Ich dachte die... Ich dachte Kissen sind optional. Wie heilt man sich denn dann? Muss ich mir die ganze Zeit Kissen herstellen? Ich dachte die ganze Zeit... Das Kissen wähle ich aus, damit ich besser schlafe. Oh... Ich bin gegen Kissen. Ich kann nur ein Kissen machen. Ne, ich kann 20 Kissen machen. Ok. Trotzdem... Buh, heilen sollte umsonst sein. Ich dachte wir nennen es Urik. Urik ist was anderes wie Grantig. Bayern sind Grantig. Das ist aber nicht gemeint. Das ist nicht böse. Das ist einfach die Art wie Bayern reden. Aber für Leute die es nicht gewohnt sind wirkt es unfreundlich. Ist es aber nicht. Es ist eher lustig. Es ist halt lustig gemeint. Hallo Lizis-sama. Ok. Vorsicht. Ich bin geborener Berliner, aber schon vor 8 Jahren weggezogen hatte schon seinen Grund. Ich das erste Mal in München komme aus dem Bahnhof raus und frage nach dem Weg. Die erste Person antwortet bevor ich ausreden konnte. Ich habe kein Geld für dich gearbeiten. Ernsthaft? Aber ich mein... Du musst doch mal... Du darfst halt auch keine Sachen tragen, die so zerrissen sind, Ronnie. Renschmarrn. Das liegt halt daran, dass du am Hauptbahnhof warst. Der Hauptbahnhof ist aber eigentlich das Berlin von München, würde ich sagen. Oh ne, es sind jetzt diesmal zwei. Was waren die nochmal? Gar nichts. Gero glaube ich. Hammer nicht. Mother? What? So, Mother Fucker? Was höre ich da? Eisige Verkette. Nee, das bringt ja nix. I do not like this Gegner. Und jetzt schon wieder am Verrecken. Was ist dieser Gegner? Kommt! Du bist fertig! Geh! Einen weiteren Schuss! Limit! Ich dachte, Neuperlach ist aus Berlin. Kann sein. Ich kenn mich doch nicht aus. Ich war in meinem Zimmer und das war's. Ich kann das mehr ran. Haut schon wieder tot. Also ich mag nicht mit Barret kämpfen und ich mag nicht mit Aerith kämpfen. Ich mag einfach nicht wie unglaublich ungelenkt die da stehen und nix machen. Das ist für dich. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Na? Jetzt müsste ich direkt wieder ein Kissen rausgeben. Alter! Geh zu dem da hoch jetzt! Oh Gott! Nee, nee, nee. Der Gegner... Ich muss mir einfach Aero geben. Dann sind die wahrscheinlich nicht schwer. Hallo Pascal! Ich dachte halt, ich bin unobdachloser. Wie unfreundlich sie mit denen umgehen. Also ich kenn das nur aus Berlin auch so, dass wenn ich da mit Leuten rede, dass die mich angucken, als ob ich dumm bin. Und so, das fällt mir ein. Ich kenn das eigentlich aus jeder Stadt. Aber I don't care. Du bist zu clean. Ich seh definitiv nicht aus wie ein Standard Münchner. Warum hat das denn null freigelegt? Mal da hingehen. Ich hab auch schon Leute, die mich auf der Straße angesprochen haben und gesagt haben. Äh, was bist du denn für ein... Wie hieß die nochmal? Wie hieß die nochmal? Jesuskämpfer wurde ich genannt auf der Straße und... Was war das andere? Wie heißen die... Och, es geht immer nur um Bart. Wie heißen die nochmal? Salafist, genau, Salafist. Ja, 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 genau. Bam, bam, bada, bam, 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 bam. Ein Vagabund. Und Grufti, aber Grufti ist nicht schlimm. Grufti bin ich gern. Ich aber auch nicht wie ein Grufti aussehe. Ah, nee, sieht aus wie ein Grufti. So, ich geh mit sau viel Leben jetzt da rein. Wie komm ich da aber hin? Wahrscheinlich durchs Wasser. Können die schwimmen auch? The fuck? Ich meine, ich kann schon versch- Also jetzt gerade nicht, mein Bart ist sehr kurz gerade, aber Ich kann schon nachvollziehen, aber ich will Allein die, vor allem die haben das nicht als Beleidigung empfunden, die haben das einfach als Beobachtung empfunden, so von wegen, hey, du siehst aus wie ein Salafist. Sie haben quasi nicht geglaubt, dass ich tatsächlich einer bin, sie haben nur, sie wollten unbedingt sagen, dass ich so aussehe. Kennt man ja. Äh Wo? Hinter mir? Was? Tue ich nicht? Hä? Schwarz gekleidet, Tattoos, ist gleich Grufti. Ja, natürlich, äh, also nach der Definition von Grufti wär's so einer. Ach, ist doch nicht schlimm, also ich seh das nicht, also es ist halt ein veralteter Begriff, Grufti. Leute, die aussehen, als würden sie aus der Gruft kommen, oder? Ich bin bestimmt mehr Hipster als Grufti. Aber das, das sehen doch die Leute nicht, die Grufti sagen. Das sehen doch die 60 Jahre alten Menschen nicht, die den Begriff Grufti kennen. Die wissen doch nicht, was Hipster ist. Die sagen Grufti. Zu jemandem, zu einem Hipster, der schwarz gekleidet ist und Tattoos hat und geschminkt ist, sagt man Grufti. Als 60 Jahre alter Mensch. Ich find Hipster schlimmer als Grufti. Wer sagt alles noch, Grufti? Ja, so 50 aufwärts. Das war halt damals der Begriff für solche, so eine Mode, für so einen Lebensstil. Hat es mir jetzt irgendwas gebracht? Nope. Sind es die? Es steht Beistand, das sind doch so Quests, oder? Ah, nee, das, das brauch ich. Essparkunde. Ah, wo ist die letzte Essparkunde? Wurde schon mal kriminell genannt. Aber ist ja nichts schlimmes, kriminell genannt zu werden. Ist ja normal. Das akzeptiert man ja, sobald man nur einen Punkt tätowiert kriegt. Das ist doch der Puls der Zeit. Gibt es den Emo-Hype denn noch? Also ich glaube, kein Hype ist jemals gestorben. Selbst wenn Leute sagen, Dubstep ist tot. Dubstep ist nicht tot. Es ist nur wieder underground. Und Dubstep ist immer noch riesig. Es ist halt nur nicht mehr Skrillex in den Charts. Und genauso ist halt nicht Bulletformer Valentine in den Charts. Aber Bulletformer Valentine. Sie sind nicht wirklich Hipster mehr. Äh, die sind nicht wirklich Emo mehr. Aber wenn du auf ein My Chemical Romance Konzert gehst. Oder letztens waren wir, sind wir vorbeigegangen an dem Bring Me The Horizon Konzert. Und da standen definitiv Leute davor, zu denen du, also die du Emo sagen, nennen würdest. Es ist halt nur nicht in den Charts, so wie damals. Sodass es nicht populär ist. Aber die sterben nie solche. Was ist los? Lass mich rein. Das heißt, ich komme nicht zu dem Phoenix-Punkt. Okay, dann gehe ich jetzt zu dem Boss. Wenn die mich nicht einlassen. Also hier haben die eine Zeit lang vom Fernsehturm zu Koop getanzt. Boah, in Barcelona haben wir am Strand so einen Tanzkreis gesehen. Boah, einfach Leute hatten so ein, so ein, so ein große Boombox. So, so wirklich so ein kleines Sonos-Ding. So, äh, nicht laut genug aufgedreht, würde ich sagen, um dazu tanzen zu können. Und dann standen da wirklich so 20 Menschen außenrum und haben einfach expressionistisch getanzt. Wie so ein, wie so ein unkoordinierter Flashmob quasi. Sie sind halt einfach frei, die Menschen, ne? Sorgenfrei. Hast du mitgetanzt? Das ist instant. Ich habe dann gebreakdanced, meine Windmühle ausgepackt und den Robot. Also dadurch, dass man den Kämpfen ein bisschen aus dem Weg gehen kann, habe ich das Gefühl, man kämpft viel weniger und dadurch levelt man nicht so viel, weil man nicht zu den Kämpfen gezwungen wird, so wie in den Schlauchlevels, beziehungsweise natürlich in den Random-Encountern. Und dadurch, wenn man dann bei einem Boss ist, ist man auch immer so, hm? Ich glaube, den muss ich noch analysieren. Nein. Breakdown. Hello there. Hallo Mela. Die meisten Mädels und Burschen sind jetzt eher alternativ. Ich meine, klar, die meisten würde man jetzt eher als alternativ bezeichnen oder sowas. Und so wie man es kennt, Emo, so Pony im Gesicht, sodass man gar nichts mehr sehen kann und sowas. Aber die gibt es trotzdem immer noch. Es ist halt nur nicht mehr so präsent wie damals, der Style. Aber solche Gruppen sterben nie. Warum auch? Es gibt auch Cyber-Goths, die sich unter Brücken treffen und abraven. Bin ich überhaupt irgendwie geheilt? Meh. Ich glaube ja, der Kampf wird jetzt übersprungen. Weil ich ihn in der Demo gemacht habe. Lass mich nicht nochmal den Kampf machen. Ich will direkt Delfin. Zum Delfin. Und ich will Yuffie steuern. Also nicht steuern, aber mit ihr kämpfen. Wu Tai. 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 Ein Moment. Willkommen zu Unterjunon, unsere Sonnensche Oasis. Mein Name ist Rhonda. Ich bin der Mayor und Sheriff in diesen Teilen. Der Mayor? Heute sind die Emo-Treffs einfach direkt wieder an der Quelle auf den Konzerten halt. Das depends on who's asking. A woman who could turn you in and be a hundred grand richer for it. Well, you know what they say. Can't take it with you. Wir müssen auch mal so reden, das wenn wir immer Geräusche machen bei jeder Körperbewegung. Ich freue mich ja so wie Luffy über seine eine Milliarde oder was das jetzt ist. Consider our lips sealed. Sorry, but I call bullshit. Well, I don't think you would if you knew even half of what my town's been through. You don't like it? Leave. But, over there, there's a quiet little inn where everyone's welcome. Any guys in black robes pass through? Not that I saw. Did see some black suits though. Two guys and a girl. Looked pretty tough. Well, well. They made a beeline right for the elevator. Is Junon die Stadt mit dieser Militär-Quest, wo man so diese Tasten-Kombination sich merken muss? Ich glaube, das war Junon. Is Shinra-Turf. And the same goes for the elevator as well. Don't ask me what. But the company's got something big planned up there. And security is tight. Got die Texturne im Hintergrund. Chillt. You start anything? Anything at all? And there will be consequences. War die Cutscene schon so lang in der Demo? Nee, ne? Die hat nicht, die hat nicht geredet von da oben und sowas, glaube ich. Hat einfach nur gesagt, ja, dann geh halt weiter. Das ist komplett anders als in der Demo. Wie der Wind ihre Haare verweht. Wind-Mechanics, yo. Oh, Aerith mag mich. Das Einzige. Oh, Fotograf. Ist das der Gleiche? Ja. Hallo, Mariko. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Du hast eine Belohnung für das... Achso, ich wurde fotografiert. Ja, ja, ja. Ich will, dass ihr mich mögt. Warum mögen mich meine Teammitglieder nicht? Okay, das ist einfach so ein Typ hier. Ach, und wenn ich die besuche, dann wird das freigeschaltet. Bum, 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 bum. Kann ich da einfach rein? Gruppenstufe 4. Ja, mich mag halt keiner. Feurige Verkettung. Das ist ganz geil, diese Verkettungen. Dann kann man Elementarschaden machen ohne... ohne Magie. Ich mag sie an... Ich muss sie anmaulen. Ja, bei euch hilft es ja anscheinend. Da kann ich nicht rein. Nicht genug WP. Eher eine Erschütterung. Eher eine Erschütterung. Jemine. Hast du dann gewartet? Ich wüsste nicht, was ich tun würde. Würde ich 60 Kilometer fahren, also eine Stunde, mit einem Kind, oder lieber da bleiben, wo zur Not jemand immer da ist? Ich glaube, ich wäre da geblieben. Bist du da geblieben? Ich habe irgendwie kein wirkliches Konzept hier, wie ich hier durchklicke. Ich habe das Gefühl, ich brauche eh alles. Das wirkt alles... Ich fand das in einem Remake geiler, mit diesen Materials, die man da so... dieses Universum, was man da freigeschalten hat. Das wäre irgendwie cooler. Hier habe ich da und das Gefühl, das ist eine Fähigkeit, die werde ich eh nie einsetzen. Aber ich muss an der Fähigkeit vorbei, um da hinzukommen. Hey... Warte mal, Fenix. Vielleicht hat Fenix weniger Schwierigkeitsstufen. Nein, ich will da nicht rein. Weiß so lange dauert es auch nicht. Er hat auch drei. Immer drei wahrscheinlich. Den müssen wir uns noch holen. Mal gespannt, ob das geht. Vielleicht dauert es ja noch viel länger, bis wir... tiefer... äh, nicht tiefer, bis wir... äh... Booster-Pack. Oh Gott, hier kann man Karten kaufen. Booster-Packs, wie geil. Meister der Gegenstände. Verbessert die Wirkung von im Kampf eingesetzten Gegenständen. Glücks-Boost. Ah, Glücks-Boost. TP-Boost. Okay, ich muss mal hier so einen TP-Boost kaufen. Glücks-Boost, okay. Meister der Gegenstände. Ah, wirkt nicht so, als ob ich das so oft benutzen würde. Ich schätze mal, dass die Karten am Ende wahrscheinlich nicht schlecht sind. Booster-Pack ist aber auch geil. Kann ich die jetzt aufmachen? Oder habe ich wirklich die Karten gekauft? Ich habe die Karten gekauft. Egal, wenn es jetzt so eine... schöne Gacha-Animation gäbe. Gott, was ist das? Das ist der Fisch, gegen den ich kämpfe, oder? FIFA. Ein Schrei? Leute, ihr müsst die ganze Zeit. Aua, Lift. Aua, Lift. Ein Schrei und fertig. Hier ist ein Kartenspiel. Gerade kein Bock. Kann ich mich hier ausruhen? Aber ich kann auch einfach... Verschwende ich lieber ein Kissen, oder gehe ich lieber zur Raststätte? Ich muss doch eh zur Raststätte. War das nicht die Raststätte? Yes. Ja, nur ich. Oh nein. So geht das los. Okay. Kann ich trotzdem einmal kurz schlafen, weil mir geht es nicht gut. Das ist cool. Sich heilen wollen. Sich heilen wollen. Das war Priscilla. Und aus dem Sound des Kassels. Sich heilen wollen, triggert den Bosskampf. Wir müssen gehen. Jetzt! Es ist ein Monster, die die Böse attacken. Kann ich trotzdem kurz chillen? Ich schätze mal, ich kann es überspringen, aber trotzdem. Jo, Fee! Wie ist sie hier hingekommen? Heute zählt es uns. Die Truppe kennt sie ja noch gar nicht. Das Wasser ist so still dafür, dass da ein riesiges Monster drin ist. Hallo! Die Perspektive. Ja, ich wäre halt tot. Die war ungefähr 10 Meter in der Luft. Fall mal aus 10 Metern runter. Das Wasser, das Wasser hat ihren Fall gebremst. Das 10 Zentimeter tiefe Wasser. Also muss ich nochmal kämpfen? Oh Gott. Der Kampf war schwer. Nach vorne beugen. Gamer Position einnehmen. Klar, Grafik ist super, ja. Ich muss nochmal gegen ihn kämpfen. Okay, aber diesmal bin ich besser. Schwanzangriff. Mann ey, mein Blocken ist nicht mehr das, was es mal vor 10 Minuten war. Wasserkugel ist schrecklich. Wir analysieren den kleinen Elektro. Haben wir nicht. Hat irgendjemand Elektro dabei? Schwanzbrusche zerstört. Das ist aber gut. Wir haben keine... Wir haben Feuer, Eis und Wind, aber kein Elektro. Hat irgendjemand hier Elektro dabei? Nein. Dann hauen wir halt drauf. Wenn es geht. Nicht wirklich. Ich komm nicht mal an den Run. Ach, mach ich einfach andere Magien? Oder was war Resistenz. Okay, ich kann Wind machen. Der hat noch... Der hat Blitz. Nein, 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 auf die Schwanzspitze, auf die Schwanzspitze. Aerith, mach, mach, äh, mach, fuck. Mach Vita auf Cloud. Mach, mach, keine Ahnung, mach halt einfach. Nein, nicht Eis, aber Resistenz. Egal. Komm, jetzt da doch mal... Der ist doch geschockt, Mann. Jetzt Red macht Blitz. Und ich brauche ewig, bis ich da bin. Und ich habe keine Zweier-ATB, gar nichts. Dann mache ich Mundangriff. Das war nichts, das war ja gar nichts. Hey, Haydn. Ich habe Pachirise dabei, das wäre es. Aber haben wir nicht was stärkeres, sowas wie ein Elevoltec oder so? Ah! Oh. Beschwerung. Habe ich eine Elektrobeschwerung? Nee, ne? Ich habe noch keinen Odin. Gibt es hier Odin? Das tat zu weh. Aerith kann mich heilen. Was hat er? Ifrit, nicht gut. Sie hat Eis, auch nicht gut. Dann mache ich meinen Titan. Und Red macht Elektro. Du kannst alle auswählen, wie du willst. Und gleich kriegen wir wahrscheinlich Yuffie ins Team. Ich kann dich auswählen. Also gerade bin ich halt Cloud, Red, Aerith. Also 3 ist Maximum. Aber ich habe ein Limit. Ausbewahren? Ich werde... Werde ich den noch mal in den Schock kriegen? Ja. Warte mal. Red hat schon ein Ding gemacht. Verdammt. Äh, Esper-Fertigkeit. Gipfel-Schubbing. Komm nicht an das Ding ran. Cloud, mach mal die Bubble da weg. Felsenwurf. Ach Gott. Nice. Äh, äh, Red. Ich will, dass du Elektrom hast. Okay, nix. Okay, der schockt ihn jetzt. Und dann kann ich Limit machen. Nein? Krass. Okay. Limit. Nicht zu weit weg? Nee. Mach der jetzt Limit? Mach kein Limit. Warum machst du kein Limit? Okay, dann mach jetzt Limit. Schnell. Bam, 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 bam. Oh no, you don't. Epic, epic. Natürlich werde ich jetzt auf dem Delfin reiten. Natürlich. Natürlich werde ich auf ihn springen. Okay. I, 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 i. Natürlich kam der Regenbogen, genau in dem Moment. Nice work. Let's check on that girl. Come on. That girl is Yuffie. Hey, we need help over here. Da war die Demo vorbei. Also das hat man gar nicht mehr gesehen. Komm, komm, geh auf den Delfin. Geht das? Wir haben noch einen Trailer gesehen, dass wir Delfine reiten können, glaube ich. Okay, nein. Später. Da war Flipper. Flipper gehört jetzt uns. Flipper ist unser Pokémon. Los, Flipper. Beleb Yuffie wieder. Spring einmal drauf. Ich komme ja schon. Somebody help. Es stehen 20 Leute drum. Bei dem Sturz, ne? Yuffie, Yuffie. How? Vielleicht Vita einsetzen? Herzmassage. Nice. Leute, ihr geht's gut. Wir können uns drüber lustig machen. Ihr geht's gut. Natürlich. Cloud. Bitte lass es ein Quick-Time-Event sein. Verdammt. Du hast die falsche Mädchen, Kripp. Was? Avalanche. Die Leute da sind aus der Splinter-Cell. Splinter-Cell? Sie waren mit Avalanche. Aber sie sind nach einem politischen Dispute. Wiederbelebung von Priscilla? Ich kann mich nicht dran erinnern. War das exakt so? Stimmt, es war so. Er war so. Was? Danke. Hebe. Anfänger. Das ist so süß, dass sie ein richtig kleines Kind ist. Aber sie ist immer noch so, oder schon so. Ja, alles klar. Vielen Dank! Join my team! Du bist willkommen! Nicht, dass du diesen Mann bist, aber Kinder in diesen Tagen, ich versuche. Jetzt, jetzt! Wer ist das? Juffie. Ein anderer meiner Gäste. Ich sehe, dass ich viele davon bekommen, wenn die Welt auf Feuer ist. Warum hat die den einen Arm so komisch gepolstert? Kampf. Kämpfen. Warum habe ich Schrauben auf der Brust? Auf der Schulter. Warum hat Tifa... Keine Ahnung, alles. Und warum ist Aerith in ihrem Nachtkleid? Und warum hat Barrett nur einen Arm? Fragen, die nicht beantwortet werden. Ähm... Gehe ich jetzt wieder zurück? Schlawi? Schlawi machen? Äh, wo dann? Aber das sieht nicht schick aus. Juffie sieht schicker aus, als jeder von uns auch nur träumen könnte, so schick auszusehen. Lass Juffie in Ruhe. Symmetri... Was muss denn hier... Schau mal, Cloud ist auch nicht symmetrisch. Lass Juffie in Ruhe, sie ist nur ein kleines Kind. Schau mal, wie sie läuft. Sie läuft wie Naruto. Hehehe. Hey, ihr seid die Avalanche Splinter Cell, oder? Jetzt, wie in die Hölle hast du... Ich muss nur sagen, ich bin ein großer Fan von dir. HQ wünscht, dass sie so cool sein könnten, wie ihr euch. Well, äh... Wir sind ziemlich cool, aber... Denkst du, dass wir später noch einen Chat sitzen können? Ich habe einen kleinen Favoriten zu fragen. Und... Ich danke dir für das vorher. Stimmt, wir können ja da auf das Schiff... Ich weiß noch, auf dem Schiff mussten wir super viele Sachen mit Juffie und mit Leuten so sprechen, dass sie einen mögen. Ey, das ist wieder so. Naruto! Ich renne zu keinem. Warum kann die Katze reden? Ach komm, ihr seid alle solche Final Fantasy Noobs! Warum sind Sie nicht cool? Warum kann die Katze reden? Weil sie ein Mutant ist, Mann. Das ist eine traurige Geschichte. Red ist voll tragisches Opfer. Ach, das war ein Minigame bei Priscilla mit Priscilla und den Wiederbeatmen? Oh Gott. Danke sehr. Deine Katze ist an uns. Wir haben uns geholfen. Es ist... Jetzt dann. Wie viele haben wir da? Wollen vier Räume genug sein? Hallo? Kannst du es fünf machen? Fünf? Fünf ist es. Oh, alles ist kompiert. Also, wenn du überhaupt nichts brauchst, fragst du es. Es hat noch nicht mal fünf... Fünf Betten. Habe ich jetzt schon geschlafen? Nein. Gibt es hier fünf Zimmer? Oh ja doch. Gewaltig. Dass die Katze ein Opfer ist, haben wir gesehen. Die Katze ist voll cool. Was red in Ruhe. Hey. Eine Zahl im Namen. Fünf, Junge. Was glaubst du, sie mit uns will? Sei ehrlich. Die will bei Avalanche schminken. Vielleicht will sie, Avalanche zu sein. Normalerweise würde ich niemanden auswählen. Aber sie ist einfach zu jung. Sie haben keine Zeit oder Zeit, um zu beobachten. Ich werde sie zu ihr galt. Shinra hat keine Zeit, um unsere Nämme und Gesicht zu bekommen, hat sie? Es ist Freundschaftszeit. Wer ist sie? Wer ist sie zu ihr galt? Wer ist sie zu ihr galt? Und die schlimmste ist, dass ich nicht mehr weiß, was da ist. Nur dass etwas ist. Wie, es ist auf der Karte meiner Höhle, aber ich kann es nicht mehr erinnern. Sie weiß selber nicht... Weiß sie schon, wer sie ist? Haben die... Ne, ne? Sie weiß nicht, dass sie vom alten Volk ist. Weiß sie das? Wer ist da mit dir? Oh. Hmm. Red. Ich dachte, es war jemand anderes. Nein. Ich versuchze deinen Offizier. Ich hoffe, dass der Rest des Patrôles nur so unerwählen ist. Komm her! Aber zuerst zum Machen. Hallo! Ich weiß nicht, ob du, aber es fühlt sich, dass wir immer auf der Straße sind. Ja. Wie Mick? Ich frage mich, wie meine Mutter und Marlene aufhören. Zuhause? Nein. Keine Zeit für das. Nicht mit Sephiroth. Hm. Also, ein bisschen wundern. Aber... Erinnerst du das erste Mal, dass wir uns kennengelernt haben? Das war natürlich in der... Du hast mir eine Blume aufgezogen. Nein, nein, nein. Oh mein Gott, ich hätte fast Kirche gesagt. Ich hätte fast Kirche gesagt, ich trottel. Dann hätte sie mich jetzt gehasst. Aber, ach ja, ihre Mutter hat es uns erzählt, als sie nicht da war. Jetzt so und so war das. Ich habe gerade mich gefragt, ob es in Crisis Core war oder im Remake. Aber es war im Remake. Kaiserinwache? Wo denkst du, dass die Leute in Black waren? Wir sollten sie bis jetzt gesehen haben. Ja? Ja. Wie heißt der auf Japanisch? Nakami. Diese Stadt riecht von Fisch und Brot. Sollte Shinra kommen, kenne ich. Ich vermute, dass ich sie schmerze, bis es zu late ist. Wir werden es gestalten. Wir werden es gestalten. Es fühlt sich, als ob ich Fischbecken in meinem Nacken habe. Mein leckerer Nacken. Hätte ich was anderes sagen sollen? The Choices. Tiefer. Nee, tiefer ist vielleicht im ersten Raum. Nee, tiefer ist doch da hoch gegangen, oder? Eins, zwei, drei. Was war hier? Das ist... Ey. Das war Barrett. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, dann ist tiefer hoch gegangen. Ja. Oh. Hey. Wir müssen sprechen. Perfekte Zeitung. Ich war... ... gerade um dich zu finden. Ja, ich... Ich... Du... ... schreckst, was ich gesagt habe. Yes. Oh. Komm in. Wir sind so in. Maximale Freundschaft. Und dann... ... darüber hinaus. Das Typische, dieses gegen die Wand lehnen, ist so typisch tiefer auch. Das ist so ein kleines Detail. Sich an die Wand lehnen... Aber das ist in jedem Fall in Fantasy eigentlich so gewesen. Und acht auch. Lehnen sich immer gegen Wände. Ich erinnere mich nur an dich. Ich erinnere dich, Prinzessin. Vertieft. Tiefer, hat sich vertieft. Okay, dann. Seine Familie hat die Generalstelle. Das war gut. Genau. Auf jeden Fall. Er hat das Stadt, bevor du das gemacht hast. Ich dachte, dass ich ihn nie wieder sehen würde. Und dann ein Tag letztes Jahr ist er im 7. Heaven. Ich konnte nicht meinen Augen glauben. Er war so... Er war so. Er war so. Er war so. Ja. Und die Frau, die mit ihm kam, war so großartig. Sie könnte sein Modell sein. Und... Du bist nicht interessiert, oder? Nicht wirklich. Aber ich bin froh, zu hören. Also... Es ist okay. Okay, forget it. Was this another test? No, it wasn't, I... Why deny it? I guess it was, huh? I'm sorry. It's fine. We'll find time to talk. Just the two of us. Figure things out. Now is the time. Just be ready to spill your guts, huh? With my iron stomach? Good night. Good night. Yes. Am Ende will ich trotzdem mit Barret Riesenrad fahren. Wenn das hier geht. Ob ich auch Kingdom Hearts mag. Piu. Piu. Komm hier nicht mit dem Schmutz. Kingdom Hearts. Entweder Kingdom Hearts oder Final Fantasy, man kann nicht beides mögen. Das ist die Regel, glaube ich. Ne, ich hab... Also ich hab den ersten Teil gespielt und hab den sogar platiniert. Und ich mach's überhaupt nicht. Ich mag die... Kampfstil nicht. Die Steuerung nicht. Ich mag nicht das... Dieses... Disney-Zeug mag ich allgemein nicht so. Und dann... Ich mein Pluto... Also... Nicht Pluto... Ja... Mickey... Mickey Goofy und... Donald sind schon cool irgendwie. Und so ist lustig. Und dann mit Final Fantasy gemischt. Aber... Ich mag die... Ich mag nichts einfach daran. Ich mag nichts an Kingdom Hearts. Mir fällt nichts ein, was ich daran mag. Wir haben auch... Nennen wir es jetzt FF7O. Ich glaub nur FF7 reicht. Ja, erstmal schön trainieren. Zack würde jetzt Kniestütze machen. Ja... Komm mal in, Leute! Yes! Yuffie! Hey! Es ist Yuffie-Zeit! Okay. Now that the gang's all here... It's time you got to know me. My name is Yuffie. Materia Hunter and Elite Ninja Operative for the Interim Wutai Government. I left my beloved homeland behind to bring an end to Shinra's reign of terror. And prove that Wutai is not to be trifled with. It's a sudden... Ihr müsst euch vorstellen, das war damals einfach nur eine schräge Ansicht von oben. Ohne Kamerabewegung. Und dann standen diese 5 Pixel-Charaktere da und haben Textblöcke einfach gezeigt, wo das grad stand. Und sie hat irgendwie ihre Arme so bewegt und Kreise sind auf ihr rumgesprungen. Ich glaube, das war 1 zu 1, alles, alles 1 zu 1. Die Cutscenes sind, glaube ich, wirklich 1 zu 1 übernommen. Aber einfach diese Dynamik, die Kamera, die Grafik, das ist so über... das ist so krank einfach. Uh... Wutai? Yup. Which brings me to that little favor I mentioned yesterday. Long story short, I want you to join me. HQ? They just didn't understand. But you guys get it. Don't ninjas creep around in the dark, slitting people's throats. I mean, we've done some shit, but we ain't about to stoop that much. I resent that! Hmm... Although, that is something we do. Come here. Traveling alone so far from home is expensive. So I've been moving from town to town, hustling, scraping together enough scratch to keep sticking it to the man. Until, that is, I came here. And lucky I did. Because I met Rhonda. She offered me the gig of a lifetime. An assassination! And guess who the target is? Seriously, guess! Just spit it out already. Who else but a certain company's new president? Rufus Freakin' Shinra! That crazy or what? And that douchebag will be here any minute now. Up there here anyway. Enjoying his fancy inauguration parade. These people had their country stolen from them, and then their sunlight. Junon demands revenge. So when the president steps out... Oh, wow. Tell us more. Okay. You want to know how Rhonda's planning on paying me? With your bounty suckers. What? Oh, Motorrad-Guy. The lady works fast. Well, this is fun. See you! Hey! It's here. It's here, my friend. It's time to get away. It's time to get away. It's time for the time. You'll get away from the pool. It's time to get away from the pool. You'll get to the top side. Let's see it. Now, now, now! You don't want to make me come in there and fetch you. Because I would love to do it! Who's that? A pain in the ass. Let's go. Äh, wie? Muss ich jetzt durchs Haus gehen? Ich könnte einfach runterspringen, aber okay. Lobo? Was ist Lobo? Kann ich irgendwas richten? Nein. Ich zeig jetzt nicht, dass wir jetzt zusammenarbeiten. Oh, die perfekte Stage. Wo wir ein Sturm tanzen können. Sink mich raus, und wir werden unsere letzte Veranstaltung zu schaden. Mit einem Show, den niemand immer vergessen wird. Du hast einige witzige Freunde, Mann. Wir wollen vielleicht darüber nachdenken, um rauszukommen. Die Leute brauchen nicht mehr Probleme. Der Typ benutzt sein Motorrad als Schwert. Falls wir nicht mehr zu dem Kampf kommen. Der benutzt sein Motorrad als Schwert die ganze Zeit. Das ist so lächerlich. Wenn ihr dachtet, mein Schwert ist groß, seht sein Schwert, denn sein Schwert ist sein Motorrad. Du bist ein Motorrad. Du bist ein Bounty. Ein Teil davon. Und du glaubst, ich würde dich durch die Ringer so wie das? Wir sind auf der gleichen Seite. Und was, wenn der Bikerboy uns inbezogen hat? Dann hätte ich musste improvisieren. Aber ich habe nicht. Weil es alles funktioniert. Es funktioniert gut. Nein. Wie ich versuche, es will für Yuffie nach oben. Lobo kenne ich nicht, ne. Meinst du, das ist in Deutsch auch so übersetzt, wie es da steht? Das hat jemand gesagt, der auf Deutsch spielt. Dass es auf Deutsch tatsächlich auch so dann gesprochen wird. Was ich sehr komisch finde. Das macht er oft, oft. Also zumindest ist das Englische, wenn ich es so im Vergleich jetzt sehe, macht es für mich mehr Sinn. Was er im Englischen sagt. Ähm. Wo, wo, was? Du hast keinen Präsidenten! Du hast keinen Präsidenten! Du hast keinen Präsidenten! Du hast keinen Präsidenten! Weil wenn sie geht es um die Größe des Schwerts. Exakt. Wo ist der, hä? Wo ist dieser Punkt? Ach hier. Hm. Ich dachte nicht, du würdest noch rumhängen. Gut. Seitdem du sicherlich hast, was besser zu machen, ist, du denkst, ich könnte es arbeiten? Der Rest der Bautie. Hat Squee Enix den Style von Tektonic beeinflusst? Du meinst, wie Sachen gebaut sind? Ich finde, es sieht alles so aus wie vor 30 Jahren. Mein Sohn. Ich habe ihn nicht in einem Spell gesehen. Das gilt mich, um meine Haare zu waschen. Er ist ein junger Mann. Sehr verpflichtet. Aber wenn ich ein einziges Haar auf Sam finde, dann wirst du es nicht leben, um es zu genießen. Du hältst mein Junge sicher. Ich finde deine Türen irgendwie. Die Ohr! Ja, vielen Dank! Bis zum nächsten Mal. Hast du gesagt, einen Mann引er der Fahrzeugeивал? Tja. Mal gucken, die Karte ist das. Da ist noch was. Ich nehme alles mit. Aber dann versuchen wir schon hoch zu gehen. Alle. Das ist die Karte. Oh, quack, 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 quack. Das müssen wir machen. Ich habe das ganz kurz in dem Stream gesehen. Ich will die Frösche machen. Hier. Wo komme ich da hin? Oder ist das oben? Etage. Das ist da unten. Die Frösche sehen so süß aus. Also aus Kontext, es gibt einen Zustand in dem Spiel, also sowas wie Schlaf, vergiftet. Es gibt einen Zustand, der ist Frosch. Und wenn man in dem Zustand ist, ist man tatsächlich ein Frosch und kann sich nicht bewegen. Beziehungsweise doch, man kann sich bewegen. Man ist halt nur ein Frosch und macht sau wenig Schaden. Man ist halt so ein kleiner Frosch und irgendwann lässt der Zustand nach und man ist wieder normal. Man wird buchstäblich zu einem Frosch. Anstatt halt einzuschlafen, verwirrt zu sein, all das. Und im Kampf halt. Aber hier gibt es anscheinend den Zustand Frosch als eine Art Mini-Quest. Und oh mein Gott, ist das süß. Passt auf. Froschparty. Prani, das musst du noch sehen. Bleib da. Die Frösche sind so süß. Da ist One Piece Frosch. Hallo? Hey, was denkst du, du hier machst? Das ist eine keine Grown-Up-Zone. Geh verloren! Du bist ein Kind? Well, duh! Luffy! Es ist nicht so, wie es hier ist. Ich weiß nicht, ob es wegen der Reaktoren ist, oder was. Aber es ist hier draußen, um dich zu... Hey, Finn! Wer ist das? Nicht Shinra, ich hoffe. Oh nein, wir sind definitiv nicht. Oh, warte! Du musst bist diejenigen, die Priscilla war. Right, das ist uns. Du bist auch ein Freund von ihr? Wir sind Freunde, aber es ist nicht so, ich mag sie oder was. Es ist nur, es ist nur, dass es viele andere Kinder gibt. Er liebt sie. Also, was machen die Kinder hier bis hier? Uh, spielen Jumpfrog? Wir können eigentlich ein paar mehr Spiels benutzen. Ah! Hilf uns! Hm, komm mal, Cloud. Rivet? Jaaa! Frosch tiefer! Cloud Frosch! Red Frosch! Erith Frosch! Wo ist... kommt auch rein! Schade, die beiden kommen nicht rein. Okay, wie kämpft man? Du wolltest in einen Frosch verwandeln. Zustand Frosch. Jemand kämpft einfach dumm rum. Oh mein Gott. Und den Zustand gibt es halt mitten im Kampf manchmal. Manche Gegner können dich einfach zu Fröschen verwandeln. Und dann kämpfst du auf einmal so gegen so einen fetten Boss. Was kann ich jetzt machen? Frosch tritt! Ähm. Und ich kann auch die anderen steuern. Hier bin ich Red Frosch. Hier bin ich Erith Frosch. Das Mini-Schwert. Jaaa! Aber er setzt es nicht ein. Wie auch? Das Mini-Schwert. Jaaa! Aber er setzt es nicht ein. Wie auch? Jaaa! Kämpfen ist nicht leicht. Ich habe ein Limit? Ach schade, das geht nicht als Frosch. Was ist das so schwer? Es geht bestimmt an auf Zeit. Was ist das so schwer? Entschuldige? Rrrrribbit. Erstattet den Canaan-Bericht. Danke für dich! Also, vorbereitet, zu spielen? Okay? Komm, ich liebe es. Ich versuche es. Ein bisschen? Ein bisschen. Okay, hier sind die Regeln. Ich glaube, ihr könnt es auch machen. Okay, Bestzeit. Eine Minute zwanzig muss ich schaffen. Sup, y'all. Hi, McBossly. Oh Gott, Fall Guys. Schau, alles ist in diesem Spiel. Okay, also das ist Springen. Oder? Entschuldigung. Ich muss erst verstehen. Wie viel Aufwand? Immer mehr wird klar, warum es sich um 150 Gigabyte handelt. Wenn ich hechte, was passiert dann? Das war nicht die Hecht-Taste. R2? Ne, was war die Hecht-Taste? Doch, R2 war doch die Hecht-Taste. R2. Okay, ich hab zu spät gedrückt. Ach, Hechten ist aber nur schneller sein. Oh Gott, das ist schwer. Das Problem ist halt, selbst wenn ich getroffen werde, und es ist egal, wenn ich getroffen werde, ist es einfach vorbei. Und die anderen sind auch egal, man muss selber 1 Minute 20 schaffen. Das muss doch machbar sein. Aber ich muss auf das andere achten. Ich muss immer in der Nähe von dem bleiben. Oh Gott, was? Was? Oh Gott. Das war klar, dass es schwerer wird. Ab jetzt wär ich traurig, wenn ich falle. Was? Gamer-Pose einnehmen. Ja, dann sind nicht mal ansatzweise gut. Was für dieses Hechten? Warum steht da Hechten? Hechten ist einfach nur schneller gehen. Hechten ist eine seltsame Übersetzung für schneller sich fortbewegen. Oh, ich müsste jedes Mal wieder zurückschwimmen. Ich lande ja im Wasser bestimmt. Gero, 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 Gero. Deswegen heißt sie Froschmaske in Majora's Mask Gero Mask, weil Gero, Gero ist quasi Quark, Quark. Auf Japanisch. Oh Gott. Komm schon! Oh mein Gott! Wehe! Das wird so schnell am Ende. Das wird so schnell am Ende. Das wird so schnell am Ende. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Dann. Gero, 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 Gero. Gero, Gero, Gero. Gero, Gero, Gero. Gero, Gero, Gero. Vielleicht kann ich so besser. Die Zunge! Die Zunge! Gero, Gero, Gero. Gero! Das ist wie das Mario Party Spiel, wo man über den Uhrzeiger springen muss. Das war eine schlechte Idee. Ich wollte gucken, ob ich die Kamera weiter wegkriege. Okay, jetzt ein ernsthafter Versuch. Was war mein Rekordgrad? 1,17 oder sowas. Voll frustrierend. Es macht ja nur Sinn, in die Richtung zu gehen. Oh, was sind wir ernsthaft? So schnell! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das Ding da unten bewegt sich ja auch, war das schon die ganze Zeit so? Okay, ich hab's geschafft. Moment mal, hätte ich letztes Mal vielleicht auch schon geschafft, weil ich so lange fliege? Vielleicht wäre ich noch zwei Sekunden geflogen. Weiter außen ist schwerer, weil sich das Ding weiter außen langsamer bewegt. Gero, 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 gero. Kaulquappel. Wasserpatscher. Und? Äh, Froschkönig. Man kriegt jedes Mal einen Froschring. Lass Kaulquappen machen! Äh, ich, äh, bin gerne entfresch. Und... Was ist hier? Nix. Okay. Ja, der Froschring ist nur dafür da, dass man eben nicht zum Frosch gemacht werden kann. Aber das ist eine saukule Idee. Okay. Ich weiß nicht, irgendwie stört's mich, dass das Spiel nur aus Spielen besteht, die nix mit Final Fantasy zu tun haben. So ein bisschen Fall Guys hier. Bisschen Tower Defense da. Bisschen Tower Defense da. Aber dann ist es irgendwie auch saukool. Gero, gero, gero. Gero, gero. Okay, dann versuchen wir jetzt nach oben zu gehen. Aber zuerst gehen wir mal schlafen. Was war das, A4? AC nicht vergessen? Was ist AC? Das ist auf jeden Fall nicht eintönig, ne. Aber es ist irgendwie bisher, es ist irgendwie wenig Final Fantasy. Das ist schon Final Fantasy. Es ist irgendwie, also, normalerweise war nur der Gold-Saucer so wie das und hier ist irgendwie alles so wie der Gold-Saucer, aber verrückt und durchgedreht. Wo ist mein Zimmer? Wo schlafen? Das war doch mein Zimmer. Hey, Rath. Kann ich nicht schlafen? Muss ich unten wahrscheinlich dem sagen, dass ich schlafen will. Assassin's Street, ja, 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 ich hab ja nicht ansatzweise alle aufgezählt. Assassin's Street aber wohl eher wegen den Türmen. Willkommen. 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 Shinra only knows how to raise Mayhem. Wo ist Priscilla? Nehmen wir dann das Schiff später. Später erst? Ich dachte wir nehmen das Schiff jetzt schon. Aber ne, wir gehen zuerst da hoch. Machen Attentat und dann gehen wir auf das Schiff und gehen ganz anders hin. Ich muss noch Aeriths Waffe ändern. Kaiserinwache. Kaiserinwache. Wo ist die? Welch. Äh. 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 According to her, that tanker is the quickest and easiest way into the city. See that? That booth up there is the control room. So we can repurpose this ship as an elevator. Someone lowers and sends it back up, along with the others. Problem is, how are we supposed to get to the controls? High voltage? Yep. It should just say, no climbing. So we're stuck. Not with Mr. Dolphin. You wouldn't believe what he can do. Like... Like when we met. See, I was out taking a swim all on my lonesome. At least I thought I was alone. But then, squeak, squeak! I hear this funny noise. That's great and all, but we're in a hurry. Hey! We're sorry, really. But we'll make sure to come back as soon as we're done. You can finish your story then. How does that sound? Because we're done super much time. Okay, let's do it! Okay, then. Now what? Now we ask Mr. Dolphin to get you up. With his help, it'll be a cinch. What? 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 Okay. Which one of you want to fly? I've got your help all over it, Merc. Merc heißt nicht Alleskönner. Merc ist ein... Ein... Ein Söldner. Söldner sind Leute, die für Geld alles machen. Alleskönner. Warum haben die Merc... Merc übersetzt du doch mit Söldner, oder? Mercenary. A Söldner. Warum Alleskönner? Ich bin bestimmt nicht unterlevelt. Das wird bestimmt klappen. Kann ich nicht auf ihm schwimmen? Mhm. Das sieht mir nach einem Delfin Minigame aus. Verdammt. Können wir das jetzt nicht mehr machen? Kann er mich nicht ziehen? Oh, hier noch. Minigame. Come on. Driften. Driften! Das hier kein Spaß. Das ist eine ernste Angelegenheit. Es geht um Leben und Tod eigentlich. Aber gut. Minigame. Und jetzt? Möchte ich das berühren? Hä? Ne. Ich muss dran vorbei. Warum ist der... Okay. Driften, driften, driften. Was wohin? Was ist da? So. So. Und dann? Kann ich da rüber? Hä? Okay. Soll ich die Bälle treffen, oder nicht? Check ich nicht so ganz. Ich glaube ich soll die Bälle... Warte, wo soll ich hin? Ah. Driften! Okay. Ah. Soll ich die Bälle... Hä? Wo soll ich hiten? Und was ist... Also... Ich hätte mal lesen sollen. Kriege ich irgendeine... Welche Bonuspunkte für die Bälle? Ah. Ich kriege Speed-Bonus, wenn ich alle treffe. Hätte ich mal gelesen, ne? Aber ich dachte, das wären Bälle. Ist das nicht schneller, einfach einen geraden Weg zu nehmen, anstatt einfach die Bälle zu nehmen? Was hilft mir das bei der Story? Ich meine, geschafft. Oh. Fuck. Aha. Bam. Ah. So hilft mir das bei der Story. Also, dass sie daraus ein Mini spielen... Ah. Ah, gut. Und was hat Zeit damit zu tun? Wenn ich mit in der Zeit das nicht schaffe, was dann? Das ist irgendwie komisch. Aber gut. Gamification. Kran bewegen. Einfach runter, oder? Dann kann ich mich null erinnern. Ich glaube, wir haben die einfach abgelenkt und sind dann den Aufzug hoch. Haben wir im Original die nicht einfach abgelenkt, die wachen und sind dann den Aufzug hochgefahren? Oder so eine ewige Treppe außen rum? Hm. Okay. Ihr Ried ist hier. Das Schiff ist nicht weit, also du wirst nicht da sein. Wenn wir nicht auf der Weg sinken... Hm. Hm? Jemand auf Töte hat sich natürlich beschwert, dass die Charaktere nicht nass werden, wenn sie ins Wasser gehen. Ich als Pokémon-Spieler kann sagen, das ist... das kann ich verkraften. Du hast eine große Hilfe, Priscilla. Keine Probleme. Gut, Leute und Mädchen. Und äh... ...Dog? Ich sehe dich später. So sch... Na ja, gut. Deine Mutti wird nicht nass. Hey! Mark! We're good to go down here! Diese Bossa-Nova-Musik dazu. Hier geht's um was. Irgendwie verstehen die nicht in ernster Sache. Wir sollen grad einen Attentat begehen. Wir sollen den zukünftigen Präsidenten von Juno umbringen. Flippern! Wie kommt der jetzt hoch? Einer der epischsten Final Fantasy 7 Kämpfe und Cutscenes hat auf diesen Kanonen stattgefunden. Zephyroth versus Angel versus... Wie hieß der andere Rothhaarige? Das ist so eine geile Cutscene, wie die gekämpft haben hier. Jetzt kommen die... Wie heißen sie? Die Turks? Oh! 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 Das ist mal... Das sieht knackig aus hier. Oh! Oh! Der! Oh nein! Der mit seiner... Oh! Ne! Wie heißt der nochmal? Clive! Cliff! Halb... Halb... Halbpräsidenten und sein... Berater... Die überspringen das nicht, oder? Ich muss schon... wieder das... QuickTime Event machen, wo ich da so mitmarschiere. Das hat aber auch so einen sehr... so einen typischen Final Fantasy... Flair, so auf einmal kommt so eine... hochproduzierte Cutscene. Nur ganz kurz um Charaktere vorzustellen. Ah, okay. Ah, da bist du! Ich hab mich gefragt, wer da hinkommt. Antwort war... Treppe. Treppen? Meine einzige Schwäche! Nein! Wer hat's gesagt? Okay. Okay. Äh... Wir sind ja nur gesucht von ganz Schindra, warum merkt ihr nicht, dass ich da bin? Captain Hero? Nein! Nein! Das war Claptrap in Borderlands 2. Der sich so gefreut hat, jetzt endlich zum Boss zu können. Und dann schreit er so die ganze Zeit, nichts wird mich aufhalten! Und dann geht die Tür auf und dann sind so Treppen. Nein! Treppen! Meine einzige Schwäche! Und dann durfte er nicht mehr zum Boss hochgehen. Ich hab Dreine gespielt, ansonsten hab ich alle gespielt. Sie haben höhere Prioritäten. Persönlich denke ich, das ist eine gute Sache. Die Stadt ist auf der anderen Seite. Die robeden Menschen werden nicht leicht finden. Und sie sind definitiv nicht hier. Lass uns in die Stadt gehen. Hallo. Ich... Ihr sucht mich. Ich bin auf allen Plakaten. Millionen von Bellys. Berys? Bellys. Ich kann doch jetzt nicht einfach rumlaufen. 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 Berys. Berys, ja. Wie kann ich hier rumlaufen? Ich check's nicht. Hallo! Ich sollte dich nicht noch weiter nähern. Ja, nicht, dass einer der Soldaten mich erkennt. Was? Ich glaube, im Original war das auch so, dass wir einfach rumlaufen. Aber irgendwie find ich's jetzt unlogisch. Oh, das sieht krass detailliert hier aus, Alter. Das war, das war im Original einfach nur ne Straße. Also, was heißt Straße? Aber einfach als so ne Fläche, wo man kurz rumläuft. Krass. Krank. Okay, ich check nicht ganz, wo wir hin sollen. Schau mal da. Hä? Okay, also ich dachte, das ist ein genauer Punkt, wo ich hin muss. Ne, das war, eigentlich muss ich da lang und dann da rein und dann so ne lange Straße da lang und dann... Ah, ich muss jetzt schon... Ah, ich muss jetzt schon... Ah, ich muss jetzt schon... Warum checken die nicht, wer ich bin? Ich bin klaut. Und ich kann... Ich weiß nicht, ob's allgemein bekannt dafür ist, dass es so schwer ist, aber ich fand's damals schwer. Diese Marschierquest jetzt. Man muss nämlich Teil von der... Von dem March werden. Von der Parade. Von der Parade. Hm. Entfer. Turk. An emissary from Wutai is here. Send by Viceroy Saruth. Oh? Er hat sich als Colonel Glenn Lottbrock All right Juffi hat sich gut verkleidet Es ist nicht Luffy Luffy, Juffi Hallo Marcy Schon oder? Das war schwer damals Es ist Cloud in 20 Jahren Den kennt man nicht, oder? Der ist neu Manchmal denke ich mir, nicken Man weiß immer, was das nicken bedeutet anscheinend Für mich hätte es nicken jetzt auch sein können, ihm eine Kugel in den Kopf zu schießen So ein Nick, okay Ich weiß nicht, dass du sie rauskriegst? Genau Das ist gut zu hören Einige Leute haben einfach nicht den Kopf für Krieg Und diese Krieg für die Magnus Materie Demandes commitment from both Wutai and Shinra Thank you I'm aware But my father is dead Which changes the equation A new vision is required You always did prefer to march to the beat of your own drum This new vision include your fairy tale promised land You Shinras You take and you take And you never give back Left to you This world would end up an empty husk But war can put things right Begins anger Desolation Hatred And in its wake New unity A people rejuvenated And a planet once more Made whole What we're doing is for the greater good Just gotta know when to ease off the gas Now listen You started this, remember No more playing the idle air You have obligations to fulfill Let's give the people what they deserve Oh, right Before I leave A message from the Viceroy Congratulations on your inauguration Mr. President Shinra has a bright future A message from the Viceroy I play I play gerne auf Japanisch spielen, aber ich habe keinen Bock zu lesen. Aber ich werde es auf Japanisch spielen, wenn ich glaube ich auf Schwer durchspiele. Auf Japanisch passt einfach Japanisch da ist man einfach mehr gewohnt, dass die Charaktere dann so, mhm, ah, und diese Sachen machen. So auf Englisch und auf Deutsch ist es komisch, wenn Charaktere auf einmal so diese Geräusche machen und sich auf eine bestimmte Art benehmen. Auf Japanisch ist das auf einmal dann alles so stimmig. Und nein, das war nicht Sephiroth. Sephiroth ist der Böse, aber der agiert komplett autark. Also der ist kein Boss von irgendjemandem. Ähm, das war der Boss von Shinra, von der bösen Organisation, von dem Bösen die quasi die wir stoppen wollen. Beziehungsweise das wird der neue Präsident von Shinra. den wir assassinieren sollen. Äh, gibt's hier irgendwo die Quest, dass ich mitmachen darf bei der Parade? Avalanche could be here right now. Alter, da ist ein laufender Hund, äh, Katze mit roter Flamme und ihr wisst nicht, dass wir da sind. Aber ich, ich, ich bin froh, dass ich hier keine Schleichquest machen muss. Ja, mit den Haaren ist cool. Ja, klar. Ist auch der coolste Bösewicht der Videospielgeschichte. Ich werde nie verstehen, warum sie die Story so abändern mussten, damit sie wie ein cringe-Anime wirkt. Warte kurz. Äh, ich glaube, das liegt nicht daran, dass sie die Story geändert haben. Ich glaube, sie haben die Story geändert. Du bist ja klar. Ich glaube, wir sind nicht hier. Ich glaube, ich bin ja klar. Hey, guck, was ist das denn? Hey, guck, was ist das denn? Hör auf. Hör auf. Midgar's 7. Infantry will return home with the president's commendation. Let's show him how a real drill team does it. And make our city proud. Troopers, you're all off duty, until the parade begins. But use this time wisely. Practice your technique. Hör auf. Klar haben sie die Story geändert, was ich gut finde, weil es soll, es ist ja kein Remake, es ist Rebirth. Neu, neues Schicksal, alles anders, sie entkommen ihrem Schicksal, blablabla. Aber, ich glaube, also ich finde das, wenn man Final Fantasy 7, 8, 9, 8, 10. Hmm. More like eager to prance around for their new paymaster. Hm. Now, I know what y'all gonna say, but I gotta ask. What? If Rufus is in town, are we really gonna let this opportunity pass us by? Hmm. Hell, I'm not saying we kill the man, but we ought to at least give him a talking to. Ruf him up a little, maybe, you know? Actually, I'm gonna have to agree. First, the Turks say, do whatever, we're not after you. But then, Cloud's biker buddy rolls up and says he is. We gotta straighten this out. Okay, but how? We can't just walk up to the president in the street. Hmm. Or maybe we can. Huh? We buzzed up his parade. No. That's how we die in a hail of bullets like a bunch of dumbasses. The city's crawling with Shinra troopers. We join the parade. Hide in plain sight. Get in, get close, get answers. Seriously? Sure. Wow, that's good. No arguments here. Barrett, Brett, you guys find a route to the port. See what security's like. And keep an eye out for black robes while you're at it. Now hold up! Fatigue's won't be enough to disguise you two. True enough. Shut up! Alright, see you in a bit. I have to go find a uniform. Oh, we're coming with it. I'm so pumped for this. This way? Yeah. Meh. Auf jeden Fall. Okay. Ich finde, die Spiele waren, glaube ich, schon immer so... Also die Absicht von den Spielen war schon immer so cringe-silly zu sein. Nur damals hat die Grafik das nicht rübergebracht. Und wir hatten auch keinen Voice-Over und sowas. Aber ich glaube, Square Enix hatte schon immer das Spiel so im Kopf. Weil wenn man damals das Spiel sich angeschaut hat, gespielt hat, die Dialoge waren auch genauso komisch. Yuffie war schon seltsam. Es waren komische Sprüche, da war Comedy eine ganze Zeit zwischendrin. Aber jetzt hast du halt die Unterstützung von der Musik, die Kameraführung, die Charaktere und so weiter und auf einmal... Hallo? Komm, Spiel. Okay. Wo ist der Mod, um die Kamera zu drehen, wie man möchte? Ich kann die Kamera nicht bewegen. Sobald das Spiel auf dem PC rauskommt, gibt's einen Tag später den Umkleide-Kamera-Einstellungs-Mod. Soll ich hier rein? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Okay, wir gehen einfach zurück. Ich kann nicht zurück. Ah, hier. Okay. Ja, es gab cringe Momente, aber die Main Story war auch... Und ich, 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 es ist auch... Ich mach die ganze Zeit Spaß darüber, aber es ist, glaube ich, etwas wirklich, was mich stört. Wir sind gerade auf einer ernsthaften Mission und es wird dauernd nicht ernst genommen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, der Haupt, die Hauptschuld hat die Musik. Wir reden relativ ernst und im Hintergrund ist so eine эту, die, 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 die Musik. Das sorgt. Wenn im Hintergrund so eine richtig ernste Musik wäre, dann wäre es, wird es dauernd ernst rüberkommen. Also ja, mich stört das auch. Also ich glaube allgemein war das Spiel schon so immer beabsichtigt, aber es fällt halt jetzt viel mehr auf. Und es ist, aber ja, sie haben es leichter gemacht, also lustiger, als es glaube ich sein sollte. Ich meine hier ist jetzt diese Mission, die war schon immer sehr silly, wie man dann so marschiert und sowas. Cool. Und hallo Rebi. Und der Motorradtyp war doch im Original auch. Oder? Der Motorradtyp war doch im Original auch. Nee, echt nicht? Ich kann schwören, der war auch da. Echt? Ach man, das ist zu lange her. Aber wenn der nicht da war, okay, das ist eine Addierung, die echt, naja, reiner Slapstick ist. Davor erkennt mich keiner, aber jetzt könnten sie mich erkennen, oh mein Gott. Das ist das Wichtigste, aber ich weiß nicht, dass ich die drei von dir in der Praxis gesehen habe. Ich bin zu sagen, dass du einfach... ... vergessen hast. Entschuldigung, Herr. Entschuldigung, Herr. Entschuldigung, Herr? Entschuldigung? Das ist schon lustig. Ich finde, das hier kann lustig sein, weil es ist übertrieben überspielt und so. Es ist klar, dass sie das... Ich könnte hier gar nicht rumlaufen eigentlich. Ja, ich war da alleine, ja. Das weiß ich, dass ich hier alleine war. Das weiß ich noch. Mal mitspielen. Nee, das finde ich jetzt hier nicht schlimm, weil das war schon davor seltsam und cringe und übertrieben. Ich bin ja noch nicht fertig, vielleicht wird es gleich... Malboro-Maus. Nicht die Zigarette. Das ist das Monster. Müssen wir jetzt... Jupp. Und das ist genau das gleiche Quick-Time-Event wie im Remake mit diesem Material, die rumfliegt. Äh, rotes Viereck. Gelbes Fünfeck. Blaues Sechseck gedrückt halten. Ich glaube, das checkt man, ne? Ja. Okay. Ich glaube, das muss man nicht perfekt machen, aber... Ich meine, wir können mal schauen, was passiert, wenn wir es verkacken. Ist das lustig? Let's see what you've got. Now, beginn! Die machen gar nichts falsch. Die machen gar nichts falsch. Beim Tanzen im Remake war das wenigstens so, dass er dann wirklich Sachen falsch macht. Es gibt Stellen, wo dich die Story deswegen ändert. Also hier... Also es sieht... Der sagt zwar, es sieht kacke aus, aber ich finde, es sieht alles perfekt aus, was die machen. Warum sollten die zwei das überhaupt ansatzweise können, by the way? Cloud ist okay, aber die anderen beiden sollten nichts können. Nochmal üben. Ach, das war eine Übung. Du kannst nun nicht mehr die super duper Secret Cuts hier mit tief anlocken. Ne, die Minigames waren im Original nicht drin. Das war, glaube ich, das erste Minigame. Und dann kamen die ganzen Minigames im Cloud, im Golden Saucer. Wobei es gab, das Beatmen gab es anscheinend. Das war hier zum Beispiel gar nicht drin. Also ne, ne, hier sind viel mehr Minigames. Aber die meisten Minigames sind optional. Ah, hier ist es wahrscheinlich egal. Aber dann... Bei der Parade muss ich es wirklich richtig machen. Sonst muss ich wahrscheinlich kämpfen. Das war ein Verbrechen! Aber deine Hoffnung... Ich bemerke mich. Sie hat als ein störendes Beispiel für die anderen, Ma'am. Ab mit ihm an die Spitze. Er hat alles falsch gemacht. Willst du nicht meinen Ausweis checken, ob ich überhaupt... dass ihr wisst, wer gerade promotet wurde? Und du bist unser Modell-Trooper. Derjenige, der sich an der Kopf unserer Drill-Tier. Das bedeutet, dass unsere Leistung, satisfaktiv oder andersherum, ist jetzt deine Verantwortung. Ma'am. Stimmt, ich habe ja mein Schwert sogar hinten drauf. Einfach an unbekannten Soldaten befördert? Stimmt, ich habe ja mein Schwert. 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 Sie werden Sie sich aus der Welt verändern. Sie werden den Team verbrechen, Sie werden die Starrwarr-Junoth verbrechen. Das ist nicht zufrieden. Die Starrwarr-Junoth zu verbrechen. ich soll verstreute was muss ich das machen ich habe keinen bock lasst mich kämpfen ich habe mehr bock zu kämpfen als jetzt soldaten einzusammeln ich muss okay das so jetzt langsam ist nervig da würde ich mich lieber hier durch kämpfen jetzt ähnlich die beiden sich sehen wenn man ihre haare nicht sieht hallo Trescana so wo ist das ziel warum habe ich da was markiert wie das geht nicht ich kann mich da nicht hinstellen gott nicht wirklich ist das nicht auf meiner karte hast du zielbereich ja was soll ich tun suche deine einheiten in nordjoon so wo sind die faulenzer gesichter sind echt ähnlich aber das ist allgemeinen animes oft so das ist im ersten mal hier und totally worthless we haven't used it in years not what we're trying to enjoy the view get your shit together parades about to begin können aber nicht in läden sein oder Ich bin über dir. Lass mich da rein. Jetzt ist Süd. Junon. I do not like this quest. Humongous. Das heißt groß. Oh, he too bad jumped. Okay, I don't get it. Suche deine Einheiten in Nord-Junon. Okay, irgendwie ist der Bereich noch größer. For the Navy. In the Navy. So, da stehen noch welche. Oh Gott. Kann ich nicht zoomen? Macht so ein richtig dummes. Ich warte bis hier so ein richtig dummes Bild macht. Ne, dümmer. 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 Ich will so wie die... Wie heißt die Gruppe auf... Namek? Okay. Was ich daran cool finde an der ganzen Sachen ist, dass man merkt, dass Schindra-Soldaten auch nur Menschen sind. Weil im Original waren Schindra-Soldaten, hatten so gut wie keine Dialoge, haben nichts gesagt. Es waren einfach nur Puppen, die die ganze Zeit gegen dich gekämpft haben. Und die Sachen sorgen wenigstens dafür, dass man versteht, dass man tatsächlich gegen normale Menschen die ganze Zeit kämpfen muss. Und den Ding. Jinju Falls, genau. So, das seid ihr, ne? Ihr wartet da auf mich. Sir, willkommen zurück, Sir! Willkommen zurück, Sir! Oh Gott. Ich will diese Verantwortung nicht. Wo? Was? Was ist das? Ist das... Rufus? Oh, der. Das ist der... Geheime Glatzengru... Oh Gott. Glatzen. Ich wollte... Ich meine auf jeden Fall, das ist der geheime Glatzen... Begrüßung. Die kenne ich auch. Aber ich meine nicht... Egal. Immer da rein. Schau, die haben alle Glatzen. Das ist der geheime Glatzen-Club. Und Rufus erkennt uns nicht. Rufus. Ich ru... Heißt der nicht Rufus? Das ist deine erste Mal. Jetzt alle Kopfrasieren. Wenn ihr mit uns trinken möchtet, dann müsst ihr die Helmets verlieren. Keine Schäufe. Keine Service. Ja? Für was ihr schauht? Unless... ... ... ... ... ... ... ... Er ist unser neues Kapitän. Er wusste nicht. Herr, dieses Ort ist für die Schäufe clean-Sache. Du musst prüfen, dass du fernst oder verschleppst. R&R ist vorbei, Leute. 7. Außerhalb! Bitte lass mich später in der Glatzer rasieren und da reingehen dürfen. Warum sagen alle, dass Final Fantasy 7 so gut sein soll? Ich finde es so trash. Dann hau ab. Was machst du denn hier? Hey, wenn du hier einen Drink willst, der Helmet hat die Feuer. Okay, ich bin hier trotzdem. Das war es, oder? Nein. Mehr. Oh, weiter gehts noch nach oben? Willkommen. Thanks for stopping by. Hey, what do you think? Ah, Captain. I'm picking out a present for my girlfriend. Which do you think she'd like more? The machine gun broach? Or the bayonet? Don't bother the Captain with your bullshit. R&R's over, people. Yes, sir! Was kann ich hier kaufen? Warum bist du so ungenutig? Ah, ich hab' ich hab' ich Talisman. 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 Willkommen. Ach, da oben steht 4 von 10. So viele gibt's. Da sind auch welche. Ich hab' keine PS5 und mir hat mir das komplette Game gegeben, aber mich unterhält das ungemein. Das ist gut. Ja, der ist eigentlich todkrank, aber er stirbt nicht, weil er die Amulette die ganze Zeit trägt. Das ist gut. Der Zeitpunkt ist vorbei. Gleich weg, Sir! Oh, hier ist noch ein Teil. Wobei... Ne, jetzt bin ich wieder raus. Okay. Also ich muss in die Läden genau gucken. Oh, das ist... Ne, das ist ein neuer Shop. Gibt's da mir ein Level? Our girls are lovely. I'm not. Ich glaub' das Level aber war voll ein Zufall. Hii! Niemand hier? Mhm, mhm. Gartenbrücke. Now kill the kids. Eat. Kaserne Süd. Sie hieß Nord. Aber hier sind welche. Finde sie in... Vielleicht ist das die südliche... Keine Ahnung. Hat der Dipschit gesagt? Großartig. Wie kannst du... Wir, uh... Wir können nicht spüren unsere Geheimnisse zu jemanden. Die Zeit ist vorbei, Leute. Sir! Das passt nicht mehr in mein Inventar. Weil ich zu viele Segen des Planeten habe oder zu viele Items? Sag nicht, dass ich nicht unendlich viele Items tragen kann. Gnade des Planeten kann ich tragen. Okay, das heißt ich habe 99 Segen des Planeten. Ey. Gipschit. Kapitän, ich habe nicht... Die Praktik ist vorbei. Ja, Sir! Okay. Noch zwei. Da oben war ich. Da oben war ich. So will ich das hören. So, was ist mit hier? Hier sind welche? Im Club. Oh ja. Können wir dir helfen? Check die Helmette! Oh, Kapitän! Gipschit! Ja, Sir! Ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt die Parade verkacken soll oder ob ich alles versuchen soll richtig zu machen. Wenn ich eigentlich müsste... Logischerweise, wenn ich es verkacke, müsste es ja auffliegen, dass ich nicht dazu gehöre. Ich würde... Ich würde es so gerne ausprobieren. Vielleicht kann ich ein Hard Save davor machen und es einmal probieren. Kommt drauf an, wie lange ich dann nochmal spielen muss. Was sind meine Jungs und Mädels da? Okay, was habe ich noch da? Kann ich nicht mehr. Nein. Hier konnte ich nirgendwo rein. Eine Truppe noch. Kann mir das ein bisschen genauer... Oh, ist der Punkt jetzt auf einmal... Celebratory... Oh mein Gott. Er zögert sogar... Er zögert das Bild zu machen, weil ich da stehe. Und dann... macht er wieder das Bild. Ach geil. Da, 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 da... Ne, Einheiten suchen. Neun von zehn. Achso, ich könnte schon loslegen. Komm, dann machen wir... Eine finden wir jetzt noch. Was sollen die denn sein? Da wurde ich schon ausgecheckt. Und steht jemand. Da ist sein Outfit. Er hat sogar einen anderen Arm. Ja. 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 Ich habe nur noch mal auf meine Uniform. Für Lipp. Ja. 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 Da macht Ahaion mehr Sinn. Was meinen die mit wow. Ja. Ich habe ganze Zeit nach Porten. Und du... Siehst du wie du hier bist. Ja. Niemand ist ählicher als mir. Wir werden den Präsidenten gewinnen. Ja. Zubechen, dass du siehst. Ich liebe dich, dass ich dich für dich rütze. Kein Vertrauen gestiegen? Zur Neigung? Okay, also irgendwo da drin. War ich hier schon? Ach hier war ich schon, das waren die alten Waffen, naja und dann will ich da wieder raus. Ey, das war Kristalle, anscheinend habe ich hier schon. Das waren die Bücher, Kristalle, das, ich glaube hier war ich noch nicht, aber da ist alles zuu! Meno! Yes, yes sir, yes! Da unten ist ja auch nix mehr, aber das war alles lustig. Ich fühle mich hier wohl. Ich mag die kleinen Details, das ist krass, ne? Ich sage immer wieder, 150 GB müssen hier irgendwo stecken. Hier war ich auch, dann bin ich hier rausgekommen, dann da drinnen, dann bin ich da hoch, da drüben sind keine. das hier ist, dann bin ich wieder hier, da oben war ich, da oben war ich, hier unten war ich jetzt auch. Hä? Wie versteckt sind die? Aerith, guck, Blumen. Die sind so versteckt! Ah, hier, hier war ich noch nicht. Jaaaa, die spielen Schach, die Schweine. Die Szene hattest du gar nicht? Mit den Glatzköpfen? Also ich hab noch nie so verschiedene Shinra, nice, Shinra ähm, und die Formen gesehen. Das war immer blau und rot. Und jetzt haben wir die krassen Safaris und die, was nicht alles. In the Navy. Ach Gott, Chadley, hau ab. Auf einmal steht hier Chadley rum. Das ist immer so, oh. Die ganze Stimmung wird versaut. Ich war so gut drauf hier. Ich hab alle gefunden, auf einmal steht da Chadley. Ich mein, ich hab mir Phoenix nicht geholt. Das ist blöd. Ey, jaaaa. So, wir haben's. 10 von 10. Trophy. Und, äh, geht durch. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Und hier. Madame, I did it. Irgendwie erinnert die mich an Prison. Wie heißt der Anime? Schrägstrich Hentai. Prison, 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 Prison. Was kann ich an der Formation ändern? Äh. Ramo-Formation. Oh, Shiva-Formation. Aber ich kann nicht noch schwerer. Kann ich das auswählen? Gar nicht. Eh. Reserve-Einhalten. Brandgardisten. Achso, da oben, das ist dann. Ach, das sind drei Darbietungen. Okay, ich mach das schwerste, was ich kann. Und versuche ich's. Grenadiere. Jetzt sind schon mal zwei auf drei. Jetzt sind drei auf drei. Oh, boi. Okay. Okay, jetzt will ich's wirklich schaffen. Oh Gott, das könnte schwer werden. Moment, nein, ich will nicht. Nein, nicht das. Egal. Okay, ich übe einmal kurz, dann speichere ich und dann mach ich's. Prison School meine ich, genau. Ist so schwer zu sehen. Schon mies. Ich muss eigentlich gar nicht auf den Punkt achten, sondern auf das Symbol, wenn's kleiner ist. Was? Nein. Ich hab grad nicht geguckt. Ah. Schneller? Boah krass. Okay. Also richtig schnell. Das war gut, dass ich's gut hab. Oh krass. Okay. Okay, das war gut, dass ich's einmal geguckt hab. Jetzt mach ich hier ein Hard Save. Ich mach mal hier so einen richtigen Save. So woanders. Neuer Speicherplatz. Damit ich da immer zurück kann. Ich meine, am Ende, wenn man durchgespielt hat, kann man zu jedem Kapitel zurück und alles nochmal machen. dann. Aber wenigstens, wenn die Trophy nur hier ist, muss ich wenigstens nicht alles davor nochmal spielen. Okay. Mannschaft. Ich verstehe die jetzt wirklich so, wie ich sie ausgewählt hab. also grün, gelb, grün, gelb, rot oder so. Ist schon cool. Das ist ja degradierend, was die da macht. Fehler ist nicht eine Option. Es ist eine große Frage. Aber wir können's tun. zusammen. Weil wir unseren Kapitän uns geholfen haben. Schau auf ihn. Vertraue in ihn. Und er wird uns zur Krieg. So lange, wie wir folgen. Ist das richtig, Sir? Äh, richtig. Jetzt bringe es nach Hause. Lauter für den letzten in der Reihe auch. Ja. Heute ist unser Tag. Es wurde für die Seventh Infanter. Wir werden diese Kommandation für unsere Stadt gewinnen. Ja. Und wir werden nach Hause zurück, als Champions. Ja. Ja, Sir! Wer wird die resten, wie es ist? Wir sind! Ich kann dich nicht hören. Wir sind! Wir sind! Kapitän! Die Parade beginnt. Ich will nicht zu früh sein, Sir. Natürlich. Ich will mich... Ich will mich in meinen Ruhm... ausleben. Ich hab endlich die Bestimmung gefunden in meinem Leben. You will. Wann haben wir die letzten Ender benutzt? Five Jahre lang, Sir. Wir tun uns die Luft aus, Aber, Sir! Aber, Sir... ... Auch ein animierendes Charakter... würde ein Abwohnung des Feindes! Wultai würde es als ein 가능ığımAKS von Aggression... Und, ... ... Hier ist eine neue Zeit. Let's ring him with a bang. Ha ha! Sehr gut, Sir! Sehr gut! Nichts wie Feuerwerke, um die Spiriten zu verhindern. Herr Präsident! Es ist Zeit! Etwas so'n Gürtelrock wie Lulu. Ludus ist besser. Ok. Krasse Kombos jetzt machen. Und ich muss so schnell Button maschen. Krasses, krasses Szene. Oh mein Gott. Allein diese Cutscene ist wahrscheinlich 20 Gigabyte groß. Nicht so viel. Tschüss. Ich find's echt geil, dass sie so wieder prerendered Cutscenes eingeführt haben. Weil es war in 16 nicht so... äh, oder in 15 meine ich. In 16 war es, glaub ich, auch nicht wirklich. So diese richtigen, wie man sie kennt, wofür Final Fantasy bekannt war damals. Diese prerendered Cutscenes einfach. Da ist er, Leute! Rufus Shinra! Wow! Kannst du mich sogar über diese Leute hören? Äh... Der Präsident hat stoppt. Für mich. Nee, nee. Oh. Boom. Ready to fire, Sir. Welcome. To the new world order. Fire! Uff. Ladies and gentlemen. With a single blast of Junon's famous cannon, Rufus Shinra has announced his arrival. Going in with a bang. Und jetzt tanze ich. Jetzt ein bisschen tanzen. Wir haben viel geübt. Wir haben viel geübt. Wir haben viel geübt. Weiß jeder, was er tun soll? Was? Ich muss genau den Takt treffen von dem? Alter. Das ist übertrieben. Oh Gott. Ich seh den Takt doch gar nicht. Krank. 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 Oh mein Gott. Was? Ich hab gedrückt. Krank! Oh mein Gott. Das muss ich dreimal machen. Krank! Krank! It all looks a little stiff. It all looks a little stiff. Fuck you! Fuck you! It all looks so differently. Brrrr. Ich topple. Ich find's schade, dass nicht so ein paar dann hinfallen, wenn man Sachen falsch macht. Das wär geil. Das ist echt schwer. Fantastisch. 20. Fantastisch. Fantastisch. 20. Fantastisch. Wir sind hier. Oh 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 oh. Oh mein Gott. So viele sagen Bäh. Aber so viele sagen Yay. Das ist ja wie auf Youtube hier. Oh nein. Eins von zehn. Video. Aber eher eine sieben von zehn. Ich droppe Frames. Ne. Was? 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 Ich kann gar nicht, ich seh gar nicht was er geiles macht. Okay das ist besser. Dieses halten ist leichter halt. Also das schnell drücken ist am schwersten. Komm. Oh god. Shit. Shut up. Shut up. So far so good. Their movements are so crisp and clean. Was? Nein. ok 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 aber es ist schlecht neun mal hat keiner gesehen das haben sie cool gemacht das spiel und das original war definitiv schwerer weil das war kaum zu schaffen aber keine ahnung vielleicht schaffe ich es jetzt auch nicht aha mut woher soll man wissen wie schnell man drücken muss vorhin habe ich zu schnell gedrückt was 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 so wie geil wie gut sie sind wo welche richtung perfektion perfektion ich wünsche es wäre im takt ich finde es aber so eine geile kreative art quicktime events zu machen wie ich habe es im takt gemacht sehr schwer aber gut wenn man sich einprägt was wann kommt dann geht es ich checke nicht wie schnell man drücken muss kommt hunderttausend hunderttausend könnte es eine trophäe geben die sagt hunderttausend perfekte kombo wäre hart vielleicht über hunderttausend punkte oder perfekte kombo ja die musik Hatten die nicht Flip-Phones? Haben die nicht immer so Klick gemacht, so Flip-Phones damals gehabt? Oh, wow. Upgedated. It's a trap. Your passion and patriotism is beyond question, and I know our president can't wait to thank you all. Hm. Of course, some among you are deserving of special praise. For our first award, we will recognize the division whose exemplary display eclipsed all others. The prize for outstanding performance goes to... Midgar's Mobile Unit. What?! What?! Bullshit! Bullshit! That's cool. Bullshit! I just wanted to stand up and go up. Let's go up and go up. At 100.000, we will go up. Probably, right? Stop the Count! First, we have the president's commendation. If you would do the honor, sir. Okay. 100.000. I had it almost. I had 90.000. I'm sure 100.000 second try. The late president, my father, single-handedly turned a small arms manufacturer into the greatest company the world has ever seen. And transformed all of our lives with the miracle of Mako. So I invite you to join me in a moment of silence. For a great man gone too soon. We live in challenging times. Some may feel that I am too young, too inexperienced to lead us. But to them and to you all, I say this. The Shinra Electric Power Company will endure. The challenges we face can be overcome. If we summon our courage and cut ties with the past. Yesterday is behind us. We must look instead to the promise of tomorrow. For today is a new day. And the first of a long and arduous journey which we must take together. Follow me and we will reach our promised land. This I do solemnly swear before you all. As president of the Shinra Electric Power Company. My friends, place your trust in me. And together will we achieve our dream of a better world. Hossa! I kill you. Now I have a commendation to present. Cloud Strife. Sagt er jetzt. Midgars 7th Infantry. jouerintegral. The beauty of the Mexistent moonlight... I put him up for a quarter of a year. You won't have a Robert yet past hating on an army. Wait a minute, man. Shoot them, guys? HAYEYYYYYL! taką music! Oh, die Musik, wir sind da und dann, ach gut. Gut gemacht. Die wissen doch, dass wir das sind. Das ist ein Befehl. Als ob das passen würde, da zu sagen, das ist ein Befehl. Salute! I have a few private words to say to these troopers. Cut the feet. Sir! You! You're on crowd control! That ain't right. Excuse us! Need to get through! It's a trap. Jufi als Mogul. 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 I rarely talk to the rank and file. Why not take off your helmet? Cloud Strife. That was a first class performance. One worthy of a soldier. Er hat es auch gerafft. Was? Was? Sir! Naruto. Du bist ein faszinierter Individuum, Cloudstrife. Deine Fieber war so grippend, wie es... ...enlightening. Das ist deshalb, ich habe eine Proposition für dich. Im Moment, Midgar braucht meine vollen und unvergültigen attention. Die Stadt ist Shinra's beating heart. Its devastation ist eine Humiliation, und der Welt muss uns wiederholen. Und zu diesem Ende, muss ich wiederholen, meine Erwartungen zurückzuführen. Und zu einem bestimmten Arten zu einem anderen Seite. Geh zu dem Punkt. Mein Vater hat mir eine Mäuze von unvergültigen Arten geöffnet. Wie die Reaktionung eines Fugitives, der Angeberfläche, die Reaktionung eines Stolen Lab-Specimen, und natürlich die Arrest und Exekutung der Avalanchen. None of which, frankly, are of any interest to me whatsoever I'd gladly wash my hands of it all So what? You're gonna let us go? Just like that? Yes, provided you keep your distance from Midgar, that is No more stirring the proverbial pot And the same goes for me? But, why? Because I have a new vision for Shinra So we go free And you get Sephiroth, dead He's an unsavory relic of our past And I want him gone But in our current state, Shinra lacks the resources to get the job done So I turn to you It's a deal You have a lead, I take it The guys in black robes Clever, you You know who they are Don't you According to Hojo, they're connected to Sephiroth Shadows of the man I believe he called them Follow them and you'll find him Right That is Completely different, right? The deal Have we never done It seems like a good way up Oh God But that was for today Moment Das Da will ich Gerade Hier Speichern Das ist wirklich Komplett anders Aber wir werden Oh God Ich weiß es nicht mehr Es ist nicht so lange her Vier Jahre ist es her Dass ich das gespielt habe Ne, länger Fünf, sechs Wir wurden schon erwischt dabei Wir haben das perfekt gemacht Und dann wird man erwischt Und dann flieht man Aus der Stadt raus Kämpft, kämpft, kämpft Und dann Geht man aufs Boot Und wir Machen jetzt einfach einen Deal Und gehen so aufs Boot Beziehungsweise sie versucht jetzt Das Attentat zu machen Was sie auch versucht Damals Im Original Und dann fliehen wir zusammen Auf dem Schiff wird sie dann Teil von unserem Team Aber dieser Deal ist komplett neu Weil die Schwarzkurden sind auch Komplett neu Crazy Crazy Gute Nacht Vielen Dank fürs Zuschauen 10.600 Du hast einen Bug Bei dir stimmt was nicht Du hast einen Shiny Lock Vielen Dank fürs Zuschauen Morgen Nacht wahrscheinlich wieder Ich mache jetzt Video weiter Und wir Ja Sehen uns Wahrscheinlich morgen Abend wieder Und dann Ich habe keine Ahnung Wie es jetzt weitergeht Wir gehen wahrscheinlich aufs Schiff Gehen zum Goldsauce Treffen Kitesith Ja Tüdelü Dankeschön Tschüss 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 Tschüss.